Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. May the 4th be with you. Ja, und alle Star Wars Fans, die das hören, werden natürlich sofort wissen, was ich meine. Denn am 4. Mai ist sozusagen der inoffizielle Star Wars Tag für Star Wars Fans und zu dem Zeitpunkt bzw. an diesem Datum lässt sich Disney Plus auch nicht lumpen und veröffentlicht die Spin-Off-Serie Star Wars The Bad Batch, die die Animationsserie The Clone Wars bzw. auch Rebels fortsetzt. Dazu haben wir einen eigenen Cast, in den ihr sehr gern reinhören könnt und damit sind wir auch schon bei diesem Special hier. Was wir dazu nutzen, mal über sowohl Clone Wars als auch Rebels zu sprechen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum einen den Patrick. Hi. Und noch einen relativen Neuzugang, mit dem ich jetzt auch schon zum ersten Mal was mache. Es freut mich sehr der Boris. Hi. Salve. Mit dir haben wir ja einen wirklich absoluten Star Wars Hardcore Fan. Also du bist ja noch nicht so lange dabei, aber bei dir kam, glaube ich, wirklich direkt so, egal was jetzt so Star Wars macht, ich möchte dabei sein. Ja, definitiv. Also gut, ich habe ja jetzt auch schon den einigen, den einen oder anderen Podcast gemacht. Aber Star Wars ist für mich, seit ich ein kleiner Steppke bin, also wirklich Teil meines Lebens. Ja, bei jedem, glaube ich, mehr oder weniger. Also Star Wars geht ja eigentlich immer sehr viel mit Nostalgie einher, je nachdem, wo man da zugestoßen ist. Der hat wirklich Generationen geprägt, also dieses Franchise. Genau. Deshalb ist es ja auch, glaube ich, eines der Franchises mit den meisten Generationen an Fans, könnte man glatt sagen. Und eine Generation davon, da kommen wir dann jetzt auch schon hier zu unserem eigentlichen Thema. Eine Generation davon dürfte nämlich gar nicht mal so mit den Prequels aufgewachsen sein, nämlich, sondern eigentlich eher mit den Serien, die danach kamen. Zum einen Star Wars The Clone Wars und einmal Star Wars Rebels. Und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen, anlässlich von The Bad Batch, wo du ja auch zu hören bist, Boris, im Cast. Da kannst du vielleicht zum Ende noch mal kurz was zu sagen. Gerne. Was uns da erwartet. Aber ich würde sagen, wir springen rein. Und damit machen wir einen Sprung zurück ins Jahr 2008. Genauer gesagt, in den Sommer 2008. Am 14. August 2008 kam nämlich Star Wars The Clone Wars in die Kinos. Und es verhält sich so, dass man den Piloten zu dieser Animationsserie ja tatsächlich auf die große Leinwand gebracht hat. Ihr habt ihn nicht im Kino gesehen, oder? Nein, zum Glück nicht. Äh, nein. Oh, ja gut. Ich auch nicht. Ich hab ihn irgendwann dann mal auf ProSieben gesehen. Und ja, wir wollen, glaub ich, echt nur ganz kurz über den sprechen. Aber man muss ihn halt mit einbeziehen, weil er halt wirklich, ja, mehr oder weniger zusammengeschnitten ist aus, ich glaube, drei Episoden, die halt mehr oder drei oder vier Episoden, geht ja hundert Minuten im Hennen, die so den Pilot, den Auftakt der Serie bilden und vor allem natürlich auch die Figuren einführen, die man in erster Linie hierher kennt, nämlich, ja, Ahsoka Tano. Die dürften ja inzwischen nicht nur Leute kennen, die die Star-Wars-Animationsserien so auf dem Schirm haben, sondern eben auch von ihrem Auftritt jetzt zuletzt in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Ja, Star-Wars The Clone Wars, wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Boah. Ähm, doch relativ. Jugendsünde. Ja, naja gut, Jugendsünde, ich war 23, ne? Ja gut. Ich denke, doch schon relativ bei dann Release auf DVD, ich hab den auch noch zu Hause auf DVD sogar noch, einer der wenigen Filme, den ich auf DVD habe, gesehen, also natürlich hat man ihn allemal, ja, fürs Kino hat's, glaube ich, damals wegen meinem Beruf nicht so ganz gelangt. Und ja, ich stimme dir da so ein bisschen zu, dass der Film ein bisschen so abgekattet aussieht, also so zusammengeworfen und dann wieder zerrissen. Und man hat halt irgendwie versucht, ein bisschen was zu erstellen oder die Einleitung im Prinzip in die Serie zu finden. Ich hab diesen Film tatsächlich erst letztes Jahr, äh, doch, letztes Jahr erst gesehen. Ich kannte diese alte Serie, die von 2005, die kannte ich zum Release. Diesen Film hab ich wegen seinem schlechten Ruf ewig vor mir hergeschoben. Ich hatte sogar die Clone Wars Serie regulär gesehen und hab mir dann den Film erst danach angesehen. Oh ja, okay, das, ja. Boris, willst du vielleicht kurz umreißen, was so eigentlich die Grundprämisse der Serie ist, für Leute, die das jetzt so gar nicht präsent haben vielleicht? Also, The Clone Wars spielt zwischen Episode 2 und 3 von den Prequels, also im Jahr, wir müssen jetzt natürlich mit der Star Wars Jahresrechnung oder Zeitrechnung beginnen, ja, das ist 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin, äh, beginnt ja in der Prequel-Trilogie, äh, Angriff der Klonkrieger und endet im Prinzip mit Episode 3 im 19. Jahr vor der Schlacht von Yavin und dazwischen spielt The Clone Wars. Und es beinhaltet die Hauptfiguren, die eigentlich jeder von uns noch aus den Prequels kennt, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker. Neu hinzu kamen dann zwei wichtige Charaktere, die absolute Größen, ich glaub, da könnt ihr mir zustimmen, im Universum mittlerweile sind. Ahsoka Tano, die ja jetzt auch ihre eigene Serie, also echte Serie bekommt, die ja schon Gastauftritt hat in The Mandalorian und den man leider bisher noch nicht gesehen hatte in echt. Also, es gibt ja immer diese Vermutungen in Episode 6, dass es da die Person ist und zwar Captain Rex. Ja, der Klon Captain Rex, ja, da gibt's ja noch diese Vermutungen in Episode 6, da wo sie beim Bunker sind auf, ähm, wie heißt der Planet von den Evox? Endor, danke. Da ist ja auch einer mit so einem weißen Bart, mit so einem weißen Rauschebart, da hat man dann, ist man davon ausgegangen, dass es er vielleicht ist, das kam aber auch erst durch die Serie, ja. Ja, ähm, ja, im Prinzip sind es die Geschichten, die zwischen, also die Clone Wars, einfach den, den Klonkrieg zeigen, die einzelnen Geschichten, die die Helden erlebt haben, aber nicht nur die Helden, und das ist das Tolle an der Serie, sondern auch die böse Seite wird oft gezeigt, ja, also auch die dunkle Seite, Count Dooku, dann ein neuer eingeführter Charakter, gut 2003 bis 2005 kannte man eventuell von dieser, wo, äh, Patrick gerade erzählte, äh, dass es da noch eine andere Serie gab, Asai Ventress. Die quasi Gegenspielerin von Ahsoka. Richtig. Genau, eigentlich so die, die Nemesis so der dunklen Seite eigentlich wirklich, fast schon so ein bisschen das Gegenstück. Ja, äh, man muss ja sagen, also, gut, wir müssen jetzt nicht großartig über die, die Star Wars Prequels reden, da kannst du wahrscheinlich einen eigenen Cast drüber machen, den ich auch schon gemacht habe mit den Kollegen von Movie Break, da kann man auch gerne mal reinhören. Ein Jahr ist das auch schon wieder her. Ja, ich, ich muss sagen, ich bin damals auf die Serie aufmerksam geworden und war so ein bisschen verwirrt, weil es gab noch eine andere davor, die, äh, ist jetzt mittlerweile auch bei Disney Plus schon gelandet, und zwar, die hieß einfach nur Star Wars Clone Wars. Die war von Gendi Tartakovsky und die erschien kurz vor dem Release von Die Rache der Sith, glaub ich, und füllte dann eigentlich auch schon so die, die, die Lücke zwischen Episode 2 und 3, die ist allerdings mittlerweile nicht mehr Kanon. Und ich hatte dann gedacht, sie machen jetzt einfach nur noch mal alles von neu und dann war ich doch überrascht, hey, das ist aber doch irgendwie eine komplett neue Serie mit einem wieder sehr, sehr eigenen Look, weil die Gendi Tartakovsky-Serie, äh, schlug schon wirklich aus in Richtung Anime tatsächlich. Man muss allerdings auch sagen, dass das Mikro-Episoden waren, also jede Folge ging mir nur so drei Minuten. Und zusammengeschnitten waren das, weiß ich nicht, irgendwie 70 Minuten, äh, eine Staffel. Und das hier war jetzt mal wieder was komplett Neues, komplett in CGI vor allem. Äh, ich muss allerdings sagen, als ich dann den Film gesehen hatte, ja, war ich doch relativ ernüchtert. Und das liegt daran, dass dieser Film viele Schwächen der Prequels tatsächlich potenziert und, äh, ja, die Figur von Ahsoka am Anfang wahnsinnig nervig ist und halt auch im Hinblick auf die Zielgruppe eindeutig zumindest so ausgerichtet war. Oder wie seht ihr das? Ach, ich fand's schon nervig, wenn sie Anakin immer Sky Guy genannt hat. Ja, ja. Und das hat sich durch diesen Film richtig böse gezogen. Und wenn man diesen Film zuerst sieht, man versteht den Hype um Ahsoka einfach nicht. Nein. Da, da kommen wir eben zu einer der Stärken und Schwächen gleichzeitig. Ahsoka macht eine ziemliche Entwicklung innerhalb dieser Serie durch. Oh ja. Wenn nicht vielleicht sogar eine der größten Entwicklungen eines Star-Wars-Charakters in diesem Star-Wars-Universum. Sie entwickelt sich von einem absolut kindischen, nervigen Charakter zu einem weisen, ich würd jetzt nicht sagen Jedi, aber zu einem Jedi-artigen Wesen. Ja. Weil sie schließt diese Ausbildung ja nie wirklich ab. Ja, gut, das können wir schon mal verraten. Das ist richtig. Ja, ich würd sagen, wir nähern uns mal so von der Seite. Also, die Prequels sind ja schon umstritten. Ich kann für meinen Teil sagen, ich bin jetzt kein totaler Prequel-Hasser, auch wenn ich Schwierigkeiten habe mit den Filmen, vor allem mit Episode 1 und 2. Und Leute, die dann hier den Film gesehen haben, im Kino, hatten dann, glaub ich, nicht die große Lust auf die Serie, was aber eigentlich ja der Sinn und Zweck dahinter war. Was würdet ihr denn sagen, warum sollten sich Leute, die den Film hier scheußlich fanden, oder auch schon die Prequels nicht mochten, warum sollten die die Serie gucken? Ach, ich hab da so einen Running Gag von Big Bang Theory im Kopf, wo dann Shane sagt, ich guck mir zuerst den Clone Wars-Film an, George Lucas soll mich in der von ihm vorgesehenen Reihenfolge enttäuschen. Ja. Also, ich denk, das Tolle an dem Clone Wars dieser Serie ist einfach die unglaubliche Fülle der Charaktere. Ja, es wird sehr auf die Tiefe der Charaktere auch oft eingegangen, was jetzt der Film vielleicht nicht so rüberbringt. So wie ihr es ja auch schon sagtet, mit der Entwicklung von Ahsoka Tano, die ja zu Anfangs eigentlich auch nur Snips genannt wird. Also auch da wird der echte Name nie wirklich gesagt. Ja, ja. Dann die Entwicklung von Anakin Skywalker. Er ist immer wieder das, was man ja auch in diesen Prequel-Filmen kennt, immer in diesem Zwiespalt zwischen leichter, dunkler Seite, heller Seite, wo soll er sich jetzt hin orientieren? Dann auch die Entwicklung der anderen Jedis ist immer wieder zu sehen. Also, man sieht ja wirklich alle Jedis, ja. Egal ob Kit Fisto, Mace Windu, Yoda, Ki Adimundi, sie sind alle da. Sie haben alle ihre Rolle und sie haben auch eine gewisse Charaktertiefe. Und das Tolle, find ich noch, und das ist das, was Clone Wars für mich ausmacht, es geht viel um Klone. Ja. Es hat so viele Charaktere eingeführt, in die man sich regelrecht verliebt hatte. Egal, ob es jetzt der Captain Rex ist oder die anderen Klon-Commander wie Wolf oder Cody. Man kriegt auch über die normalen, regulären Truppen, ja, Fives, Heavy, Echo und so weiter. Man lernt diese Klone kennen. Man erlebt die Abenteuer mit ihnen. Auch die sind, auch die Klone, das sind jetzt nicht nur einfach nur Soldaten, die stumpf irgendwie der Republik folgen. Sondern auch die haben Gewissensbisse bei gewissen Aktionen. Oder auch die machen sich Gedanken. Und auch die finden es nicht gerade toll, wenn die halbe Kompanie ausradiert wird, gerade von den Separatisten. Und das wird immer wieder klar durch diese Serie. Also, es sind nicht nur einfach noch Klone. Ja, so könnte man ja sagen, na gut, es sind Klone, egal, komm, wir opfern die. Ja, wir schicken die in den Krieg. Sondern es sind eigenständige Charaktere geworden. Ja, und jeder Klon entwickelt sich anders. Die Klonen haben auch unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Facetten. Also, man könnte da mehrere Klonen nicht nur den Rex rauspicken, der auch da eine große Entwicklung durchmacht. Im Prinzip gibt's Episoden dafür, dass Michael Kessler quasi nur Selbstgespräche und wird dafür bezahlt. Und trotzdem kannst du die Klone schon allein in der unterschiedlichen Stimmlage, an der Abgefucktheit irgendwie unterscheiden. Das ist eine große Stärke der Serie, dass sowohl die Klone als auch dann teilweise die Antagonisten, auch die kriegen schöne Graustufen. Also, diese Ventress, die wir am Anfang erwähnt haben, auch die macht innerhalb der Serie eine tragische Entwicklung durch, dass man auch mit der dunklen Seite der Macht mitfiebern kann. So ein ziemliches Stück weit. Ja, oder Savage Opress. Darth Maul, vor allem, das war ja das Tolle, Darth Maul wurde wiedergeholt. Da sind wir bei der größten Stärke, dass die Clone Wars-Serie und die Rebels-Serie, die konnten einige der quasi im Müllkorb gelandeten Legends-Dinger aufheben und in Clone Wars invertieren. Und dadurch hat man wirklich vieles an coolen Storys, auch Admiral Ralph Vaughn und so, hat man dann gerettet und wieder Kanon gemacht, was für mich der größte Pluspunkt der Serie ist. Ja, es hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, das haben wir ja noch nicht erwähnt, kreatives Mastermind, sowohl hinter The Clone Wars als auch hinter Rebels, ist ja Dave Filoni, der ja auch, ja, schon mitwerkelt auch an The Mandalorian und sich jetzt wahrscheinlich dann auch mit der Ahsoka-Realserie demnächst wirklich austoben darf. Wobei George Lucas bei der Clone Wars-Serie noch absolut ideenmäßig Teil der ganzen Sache war, ne? Ja, das merkt man auch, wobei ... Also es war noch das Urgestein George Lucas noch mit dabei. Nicht nur Dave Filoni. Nee, nee, ja, aber man merkt schon, dass Dave Filoni, also Dave Filoni kam ursprünglich, soweit ich weiß, der hat vorher die auch ziemlich fantastische Serie Avatar Herr der Elemente vor allem mit hochgezogen. Und das merkt man hier auch teilweise an der Art, wie Charaktere erzählt werden, beziehungsweise was sie für eine Entwicklung durchmachen. Da gibt's durchaus Parallelen. Was ich jetzt halt sagen kann, also ich kann mich euch da anschließen, der Reiz ist tatsächlich für mich oft, wenn die Klone untereinander gezeigt werden. Also deren Gruppendynamik, wie die sich entwickeln, auch untereinander Entscheidungen treffen müssen, etc. Das ist wahnsinnig interessant und gibt dem Ganzen mehr Tiefe. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der großen Qualität dieser Serie. Dieses Prequel-Universum wird hier einfach sehr viel mehr ausgefleischt und es wertet auch im Nachhinein die Prequels sogar noch auf, erzählerisch tatsächlich. Achtung, jetzt kommt minimaler Spoiler zur letzten Staffel. Man wollte ja Ahsoka auch in Episode 3 integrieren, hat das dann aber gelassen. Und wenn man das Finale von Clone Wars sieht, ist man dankbar dafür, dass die nicht in diesem Film abgefrühstückt wurde. Das sorgt dafür, dass dieses Clone Wars-Finale einfach mit zu einem der besten Serienfinale gehört, die ich gesehen habe. Gerade die letzten 10, 20 Minuten, die sind emotional für einen Star-Wars-Fan schon niederschmetternd, was man da geboten kriegt. Also was ich sehr einfach an der Serie als Ganze schätze, wie gesagt, die wertet deutlich die Prequels für mich auf, macht dieses ganze Universum einfach deutlich runder und stimmiger und liefert halt eigentlich das, was mich persönlich interessiert. Also es ist auch interessant, dass am Anfang, am Anfang muss man halt sagen, ist die Serie fast noch ein bisschen banal. Also es gibt halt sehr viel irgendwie CGI-Geschlachte, aber das Drumherum bekommt dann einfach immer mehr Tiefe. Vor allem auch die Korruption innerhalb dieser Republik, die nach und nach zerfällt. Und was es da halt für Geschichten gibt. Also es ist nicht so, dass diese Folgen immer nur auf dem Schlachtfeld spielen. Das finde ich zum Beispiel sehr toll. Es gibt halt vielen Sachen viel mehr Raum. Ja, viele ruhige Momente, ne? Genau, vor allem so Alienrassen, die halt in den Filmen mal irgendwie nur am Rande auftauchen. Also bestes Beispiel, in Episode 3 hat George Lucas eine Gastrolle als so ein blauer Baron, glaube ich. Und der hat halt eine komplette Folge in der Serie für sich. Ich glaube in der dritten Staffel. Und gewisse, ach, da werden halt einfach Sachen eingeführt, mit denen man nicht so gerechnet hätte, die auch wieder aufgegriffen werden aus den Prequels, die einfach viel mehr Tiefgang bekommen. Also in der Hinsicht lohnt es sich wirklich. Man muss allerdings sagen, dass der Kinofilm trotzdem für sich genommen noch so ein bisschen verunfallt wirkte. Und da sind wir für mich beim großen Problem dieser Serie. Und das merkst du gerade auch am Anfang. Die weiß erst nicht so wirklich, wo sie hin will. Beziehungsweise welche Zielgruppe sie eigentlich ansprechen möchte. Ja, sie hat halt auch oft keinen stringenten Weg. Also die hüpft mal zwischen diesen Jahren oder zwischen diesen Erlebnissen auch hin und her. Ja, das nervt. Gerade am Anfang sieht man ja auch zum Beispiel bei dieser Erfolge mit den Klonen, die auf diesem Planeten, wo dann diese Superkampf-Droiden da kommen, diese Special Forces von denen. Und wo ja leider, wie gesagt, es ist mit Spoilern jetzt verbunden, unser Podcast, wo ja auch der ein oder andere Klon, den man dann schon mag, stirbt. Das spielt aber weit, nachdem man eigentlich es schon wieder kennengelernt hat. Dann ist man wieder zurückgeworfen oder vorgeworfen. Dann lebt er noch. Und also manchmal, gerade am Anfang, ist es sehr kompliziert, da ab und zu zu folgen. Da gibt's ja gewisse Timelines, an denen kann man sich orientieren. Ja. Die Serie ist wirklich sehr sprunghaft. Also die wechselt zwischen vielen Handlungssträngen, die sie eröffnet. Dann kommen auch teilweise Anakin und Co. nicht vor. Also vielleicht kann es Leuten, die daran interessiert sind und Einstiegshürden haben, helfen, wenn sie sich eine der Timeland so als Hilfe nehmen, was sie denn gucken wollen oder was sie gucken können. Es gibt auch durchaus vernachlässigbare Folgen. Ich erwähne nur so ein paar Druiden-Folgen, wo die Handlung rein gar nicht vorangebracht wird. Wo man merkt, okay, da will man irgendwo noch die Kinder bespaßen, für die das am Anfang geplant wird. Den Erwachsenen geben diese Folgen aber nicht viel. Die wirken komplett losgelöst gegenüber diesen düsteren Tönen, die angeschlagen wird. Man weiß teilweise nicht, welche Zielgruppe habt ihr gerade? Ja. Weil das für eine Kinderserie teilweise echt düster wird. Ja, das steht für mich auch so ein bisschen für die Unentschlossenheit der Serie. Ich weiß nicht, da würde ich dir widersprechen, um ehrlich zu sein. Also ich finde, die Serie gibt jedem Part, egal, wir hatten es ja jetzt gerade, die Alienrassen werden dargestellt, die Jedis, die Sith, die anderen dunklen Charaktere, die keine Siths sind. Auch die Kopfgeldjäger werden oft beleuchtet. Du hast viele Möglichkeiten, die Planeten mehr kennenzulernen. Utapau und da, wo die Twi'leks leben und so weiter. Du lernst von der Flora, Fauna, von der Zivilisation dort alles kennen. Und ich finde, die Serie gibt auch den Druiden damit die Möglichkeit, auch mal im Vordergrund zu stehen. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also gut, der eine mag das natürlich mehr, der andere weniger. Ich verstehe auch, worauf jetzt Patrick hinaus wollte. Es ist trotz allem, man muss ja bedenken, es ist trotz allem irgendwo eine Kinderserie. Also auch ein Zwölfjähriger oder so muss die verstehen oder sehen und verstehen können. Ja, das Problem ist, also für mich kam das endgültig dann in der vierten Staffel zusammen. Also die hatte ich angefangen und mich da wirklich durchgequält, weil der Anfang, der irgendwie so ein Unterwasserkonflikt ... Bei den Ganges. Nee, 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 nee. Nicht mit den Ganges, sondern mit dem Mon Kamalari und den Croran. Genau. Die fand ich wahnsinnig langweilig. Das war irgendwie ein Vierteiler. Also damit fing die Staffel an. Und da kannst du wirklich sagen, es war halt wirklich Kinderquatsch. Aber es kommt, it's a trap, es kommt, it's a trap, äh, äh, General Akbar, Admiral Akbar vorher. Ja, der war eigentlich, ja, weiß ich nicht. Der ist halt ein wandelndes Meme und das war's. Ja, du bezeichnest so eine Folge, wo Köpfe explodieren, wo Blut unter Wasser ist. Oh, das ist Kinderquatsch. Okay. Ja, nee, aber ach komm, die ist aber, die ist einfach, die ist dramaturgisch einfach wahnsinnig langweilig. Ich weiß auch nicht. Ja, und dann hast du, also wie gesagt, du hast, ähm, oder halt auch die Druidenfolgen. Und da hast du im Kontrast Folgen mit Savage Opress oder, äh, weiß ich nicht, dann auch mit, äh, Assai Ventress und später ihrem Hexenzirkel. Da will ich jetzt nicht so viel zu verraten. Aber da denkst du dir teilweise echt, also, äh, insbesondere in der, wie gesagt, in der vierten Staffel, da denkst du dir teilweise echt, wow, also ihr dehnt die FSK-12 manchmal echt schon ein bisschen großzügig aus. Ja, es macht das Comic. Die Serie hat eben wirklich ihre Höhen und Tiefen. Ja. Bei Ahsoka bin ich erstmal auch wirklich in den englischen Ton geswutscht, weil ich wissen wollte, Moment mal, wird die vielleicht von Florence Pugh synchronisiert? Was hat's doch mit Ahsoka? Hab ich mich da erst gefragt. Bis sie dann diese ziemlich geniale Entwicklung durchgemacht hat und sie referenziert auch viele Filme wie die glorreichen Sieben und so, was die kleinen Kids eben nicht auf den Schirm haben oder Face Off, wo du denkst, okay. Ja, sie haben, ähnlich wie in The Mandalorian, haben sie ja einige Folgen, die wirklich schon als Hommage an, weiß ich nicht, Akira Kurosawa und so angelehnt sind und es funktioniert auch relativ gut. Aber, also mein Problem mit der Serie war eigentlich immer, dass die aus meiner Sicht so nie so ihre Zielgruppe fand, beziehungsweise hatte ich am Anfang gesagt, dass Star Wars einfach eine wahnsinnig breite Fanbase hat und dass man irgendwie alle ansprechen möchte, aber so nach und nach. Und das ist tatsächlich ein Problem und wo ich mich auch anschließen kann von gerade, was ihr meintet, also wenn ihr jetzt neugierig auf die Serie seid, Leute, dann legt euch bitte einen Episodenguide zurecht oder holt euch einen, weil die ersten drei Staffeln sind so ein Kuddelmuddel. Also mal zur Demonstration, ich glaube, die allererste Folge ist die, also von der eigentlichen Reihenfolge, ist glaube ich die allererste Folge, die 14. Folge der zweiten Staffel oder mitten in der zweiten Staffel, dann kommt der Pilot und dann springt man erstmal in die dritte Staffel von der Chronologie. Also das ist wirklich völlig zerhauen und ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber das nervt teilweise unglaublich. Also ich sehe die Stärken bei der Serie. Was mich immer wieder gefesselt hatte, waren die Kopfgeldjäger. Unter den Kopfgeldjägern ist einer meiner Lieblingscharaktere, der Clone Wars, der Cat Bane. Ja, der ist extrem geil. Cat Bane, ja, der eingeführt wurde. Aura Sing wird öfters gezeigt, die ja mit Boba unterwegs ist. Man lernt Boba als Kind kennen. Aura Sing kennt man auch aus Ki-Adi-Mundi-Zeiten. Also ich hatte einen Star-Wars-Comic, da ist sie gegen ihn angetreten. Ja, die ist auch ganz kurz zu sehen, ich glaube in Episode 1 bei dem Pottrennen, wo die irgendwie, genau, das ist halt wieder so, die nehmen Elemente, die in den Filmen so ganz am Rande auftauchen und machen da geiles, genau, machen da geiles Zeug draus. Und geben ihm eine Story. Das mag ich an der Serie. Dann Hondo. Oh, Hondo ist auch ein Highlight. Oh, ja. Hondo, der ja auch in Rebels wiederkehrt. Genau, ein intergalaktischer Pirat, sollten wir dazu sagen. Eine extrem geile Figur, die sehr ambivalent ist tatsächlich. Die ambivalenten Charaktere bringen aber auch diese Würze in die beiden Serien rein, dass man da auch als Erwachsener motiviert bleibt beim Schauen. Das hat, sagen wir mal, Game of Thrones-Vibes für Kinder. Ja, so ein bisschen. Also ich muss dazu sagen, auch im Hinblick auf die politischen Zusammenhänge, finde ich es echt auch bemerkenswert, was hier teilweise sogar für Anspielungen auf das damalige Weltgeschehen drin stecken. Also hier gibt es beispielsweise eine Folge, wo es ja darum geht, ob die nicht noch mehr irgendwie in den Krieg investieren sollen und dass aufgrund dessen die Banken dereguliert werden. Und das ist so ein eindeutiger Seitenhieb auf die damalige Bush-Administrative in den USA. Und dementsprechend, es gab es ja auch schon zum Beispiel damals in Episode 3, also das hat ja George Lucas selber bestätigt, dass das teilweise bewusste Anspielungen auf George Bush sind. Oder was mir noch einfällt, da ist eine Folge, da agiert Padma Amidala, die ja natürlich hier auch auftaucht, als Spion des Senats. Und diese ganze Folge ist eine 1 zu 1 Hommage, sogar teilweise von den Kameraeinstellungen her, an einen alten Hitchcock-Film. Also so grandios, wirklich. Weiß nicht, ob ihr das erkannt habt, aber da dachte ich mir jetzt so, wow, ist das geil. Es gibt halt wirklich mit einige der besten Momente des Star Wars Universums, gepaart mit vielen der schlimmsten Momenten. Das ist wirklich so hoch und tief, dass diese Serie auszeichnet. Ja, vor allem merkst du dann irgendwann, dass die Folgen, die halt über mehrere Episoden verteilt sind, also halt so Mehrteiler, dass die tatsächlich am besten funktionieren, meistens. Wobei, da kommt es auch immer darauf an, worum es geht. Abgesehen von diesen Fünfteilern mit den Druiden, der so ein bisschen an Gullivers Reisen angelehnt war. Ja, also der war wirklich, da kommen wir halt zur anderen Fahnenstange von Referenzen und Hommage hier. Das, oh Gott, ja. Oder diese eine Folge, wo Jar Jar Binks für einen mächtigen Jedi-Meister gehalten wurde. Uh, das war grenzwertig. Wie sie ja auch immer wieder versuchen, Jar Jar Binks hier reinzubringen, ist auch grenzwertig. Wobei, ich muss sagen, ich finde ihn in der Serie sogar ganz okay eigentlich. Ja, und sogar Anakin Skywalker wird hier mehr als nur ein trotziges Kind. Der kriegt auch auf einmal Fleisch auf die Rippen und ist ein Stück weit nachvollziehbarer. Es ist nachvollziehbarer und man versteht auch, dass Ahsoka eigentlich auch durchaus wichtig ist für seine Entwicklung und auch für seinen Vertrauensverlust in die Jedi. Das finde ich auch einen sehr spannenden Aspekt. Das sagt ja Mace Windu schon am Anfang von Episode 2, dass die Jedi halt Hüter des Friedens und keine Soldaten sind. Und das passiert aber mit denen gerade im Krieg. Die vergessen nach und nach, wer sie sind, weil sie halt nur noch irgendwelche Kriegsgeneräle sind und keine Sheriffs. Genau, und nicht umsonst haben sie ja mittlerweile halt auch den Beisatz eigentlich immer als General, ne? Und jeder hat ja seine eigene Division. Genau, richtig. Obwohl das auch schön ist, wie die auch zu den Klonen halt, ja, freundschaftliche Verhältnisse aufbauen. Und da habe ich mich dann auch im Verlauf immer so gefragt, so ja, wer von diesen Klonen wird sich wohl weigern bei der Order 66, ne? Ja, gerade die Order 66 ist da ein spannendes Thema, ähnlich wie Anakin, wo das immer so sanft angeteasert wurde. Auch mit dem Darth Vader-Theme immer wieder mal ganz dezent im Hintergrund wird das auch bei den Klonen immer wieder mal angeteasert. Wer könnte das jetzt überleben? Und da gibt es dann natürlich auch einen Handlungsstrang, der mit einer Verschwörung verwoben ist, der dann auch diese Order 66 greifbarer macht und dann auch erklärt, okay, deswegen haben vielleicht doch ein paar mehr Jedi als geglaubt überlebt. Ja, es sind einfach viele Aspekte, die hier beleuchtet werden. Also vor allem auch im Hinblick auf die Macht. Da gibt es da wirklich so einen Sondermeerteiler, glaube ich, in der dritten Staffel, der wirklich schon richtig ins Abstrakte geht und den ich ziemlich fantastisch finde. Der ist auch ziemlich philosophisch. Ja, der geht wirklich schon ins Philosophische. Du meinst diesen Planeten, wo Anakin quasi so diese zwei gegenüberliegenden Seiten sieht, die ihn auf die dunkle Seite ein bisschen ziehen wollen. Aber da hat es noch nicht ganz so geklappt. Genau, wir wollen jetzt auch nicht zu viel von verraten. Aber hier tauchen halt wirklich Sachen auf, die du nicht erwartet hättest. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Sie bereichern einfach nochmal wirklich viele Aspekte dieses Universums. Und ich muss auch sagen, ich stelle mir manchmal echt vor, was eigentlich wäre, wenn man Episode 1 bis 3 nochmal neu erzählen würde, aber halt im Stil dieser Serie. In einer Timeline. Ja, genau, richtig. Oder wenn man mit dem Geld, dass man eine Mandalorian-Folge bekommt, vielleicht so eine Clone Wars-Folge nach erzählt, das wäre ziemlich epischer Shit. Und würde Mandalorian mal direkt in den Schatten stellen, weil da teilweise in 20 Minuten deutlich mehr passiert als bei einer gefühlt 40-minütigen Mandalorian-Folge. Da weiß ich nicht, ob sowas umsetzbar ist. Ja. Also, wenn, dann ist es mit sehr hohen Kosten verbunden. Ja, gut, The Mandalorian ist ja eh schon schweineteuer. Aber ja, gut, das wird demnächst eher als verblassen gegen die Herr-der-Ringe-Serie, wo eine Folge 65 Millionen Dollar kostet. Und die erste 560 Millionen. Genau, aber darum geht's jetzt auch nicht. Aber worauf ich halt hinaus wollte, dass die Erzählweise ist ja halt deutlich besser und macht für mich auch nochmal deutlich, was für mich das große Problem bei dem Prequel. Weil die Story an sich ist gar nicht schlecht. Wie sie erzählt wird, ist halt schwierig bei den Prequels. Ich würd sagen, in den Prequels, da ist es eben sehr gehetzt, kann sich nicht entfalten. Da musst du quasi alle Facetten innerhalb von zwei Stunden abhandeln. Eine Staffel Clone Wars, die hat vier Stunden Zeit und nimmt sich dann auch teilweise eine Stunde Zeit für Anakin, für Ahsoka und so. Diese Freiheit hat einen Film nicht. Du bist aber bei Ahsoka jetzt vielleicht auch bei einem Punkt, weil, wie gesagt, am Anfang denkst du dir halt echt so, ist das jetzt euer Ernst? Mhm. Wirklich so ein Charakter für die MTV-Playstation-2-Generation. Fehlt nur noch, dass sie twittert und irgendwelche YouTube-Videos hochlädt. Genau, aber die macht einfach eine tolle Entwicklung durch, weil du halt einige Folgen hast, wo die plötzlich auf sich gestellt ist, wo sie auch wirklich lernen muss, Verantwortung zu übernehmen und wo sie halt auch wirklich an ihren Herausforderungen wächst. Und das ist wirklich gut erzählt an vielen Stellen. Da merkt man auch, dass Dave Filoni da, weil die ist ja praktisch sein Baby, ne? Also, es ist ja kein Zufall, dass Dave Filoni die Folge, die sie in The Mandalorian jetzt eingeführt hat, dass er die selber inszeniert hat beispielsweise auch. Für mich war da ein Highlight, wo ich dann gemerkt hab, Ahsoka könnte gar nicht mal so uninteressant werden. Das war eine Folge, da hatte sie ihr Lichtschwert verloren und da hat sie sich dann mal so in diesen dreckigen Teilen der Galaxie getümmelt und da kamen dezente Blade Runner-Vibes auf in dieser Folge. Oh, stimmt. Ja, die ist auch nicht schlecht. Ja, es ist einfach wahnsinnig vielseitig tatsächlich, dieses Universum. Und viele, ähm, weiß nicht, bestes Beispiel ist ja hier Count Dooku. Der ist ja eigentlich in den Kinofilmen eigentlich, ja, fast eigentlich eine Randnotiz, wenn du so willst. Also, wirklich viel zu tun hat er nicht. General Grievous aber auch. Ja, und diesen, ja gut, General Grievous kann man noch drüber streiten, aber funktioniert in der Serie auch besser. Aber Count Dooku ist schon eine verdammt geile Figur in der Serie. Also, der ist ja wirklich fast genauso ein Strippenzieher wie, äh, wie der Imperator, ne? Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass, dass er ein Sith-Lord ist. Ja. Ja, also er ist nicht einfach nur ein dahergelaufener Sith, sondern er ist wirklich ein Sith-Lord und auch ein gefallener Jedi-Meister. Und was er da im Hintergrund sich da alles aus dem Kreuz leiert, also, da können mal die Familienkonflikte der Skywalkers einpacken. Also, wie gesagt, es gibt hier teilweise Folgen, die erzählen eine bessere Geschichte als die komplette Prequel-Trilogie aus meiner Sicht. Aber es ist halt dann auch tonal manchmal halt seltsam verschoben. Also, wie gesagt, du hast in der vierten Staffel hast du halt erst Unterwasserquatsch. Und, äh, dann hast du, äh, diesen Mehrteiler, den ich immer noch absolut grandios finde, mit diesem, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber da taucht ein sehr seltsamer Jedi-Meister auf. Auf einem, äh, wo die versuchen, einen, einen Schattenplaneten zu erobern. Und der verhält sich extrem seltsam. Und da merkt man auch, die Jedi sind auch nicht davor gefeit, äh, korrumpiert zu werden oder abtrünigt zu werden. Und das ist auf, äh, Figuren wie Doku in der Hinsicht auch nochmal interessant. Du meinst die Szene bei Umbara, ne? Genau, genau. Die finde ich so grandios, die Folge. Also, ohne, 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 ohne das jetzt da zu viel vorwegzunehmen. Aber die Folge, die kratzt echt schon, die reizt die FSK 12 schon sehr aus. Auch im Hinblick auf, auf das, mit was sie, äh, den Zuschauer konfrontiert. Ja, aber du siehst halt auch da die Unterschiede, wie die, wie die Jedis, äh, auch die, also auch die einzelnen Jedis mit ihren, mit ihren Klonen umgehen. Ja, du hast natürlich, du hast auf der einen Seite, ähm, äh, Kenobi und, und Skywalker und, und, äh, Ahsoka, die ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit ihren Klonen pflegen, ja. Ja, also, äh, Kenobi ist ja dann hier mit der 212. mit Cody, äh, Skywalker-Tanose mit Captain Rex und der 501. im Prinzip, die später dann Vaders Fist ist. Und, und, und dann hast du aber auch wieder Jedis, die einfach gnadenlos die Generäle da, äh, abgeben und die ihre Leute einfach nur als Mittel zum Zweck einsetzen, ja. Ja, die, die lassen die über die Klinge laufen, ja, über die, über die Klippe, äh, und opfern ein Bataillon oder ein, eine Kompanie nach der anderen, äh, und denen ist das egal, ja. Deswegen nennen ja auch manche ihre, zum Beispiel bei ihrer Nummer, also, das ist ja das, was die Kaminoane eigentlich nie wollten, dass jeder Klon hat ja eine Nummer. Und normalerweise werden die auch so, äh, gerufen oder genannt, also, ich bin überrascht, dass sich so viele die Nummern bemerken können mit CT-76 irgendwas. Äh, und manche, äh, und die Klone geben sich ja selbst irgendwann Namen, was ja nie so gewollt war von den Kaminoanern oder auch, ich denke auch nicht wirklich von der Republik. Nee. Aber das ist ja diese Entwicklung, die die Klone durchmachen und manche Generäle nennen dann wirklich auch ihre Leute nach, also, beim Namen. Ja. Ja, das ist, ja, das ist halt Teil des Individualitätsprozesses einfach. Ja, aber man muss ja auch erstmal eigentlich einer, einer für den Krieg geschaffenen, ja, Hülle eigentlich, die ja gar keinen eigenen Charakter entwickeln sollte, sondern eigentlich wirklich nur Mittel zum Zweck war, dass die Republik eigentlich endlich, äh, eine Armee vorzuweisen hatte gegen die Separatisten, weil die haben's natürlich einfach mit ihren Robotern, äh, aber dass man ihnen das dann auch zulässt, ja, dass, dass, dass man das den Klonen zugesteht, sich auch individuell zu entwickeln. Ja, ich glaube, das lässt sich vielleicht auch gar nicht vermeiden, weil, äh, Umgang formt ja den Menschen und, äh, die Jedi sind ja, also, die legen ja durchaus auch Wert darauf, einen freundschaftlichen Umgang mit denen zu haben, äh, auf der anderen Seite auch schon zu viel, weil Anakin ist ja so oder so jemand, der immer alle retten will. Ja. Ja, und da fällt mir dann jetzt auch grad so diese, diese Szene am Anfang von Episode 3 ein, wo sie da den Kanzler retten wollen mit ihren Schiffen und dann, dann sagt ja Anakin, ja, äh, die, die, also. Die werden aufgerieben. Genau, wo, wo die, wo die Klone im Bedrängnisbilder, dann sagt er, ja, ich werd ihnen zur Hilfe kommen, nein, 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 die machen ihren Job, damit wir unseren machen können, ne? Ja, und das, äh, das können die nicht akzeptieren und das wird auch immer schwerer zu akzeptieren, auch für andere Jedi-Meister, da merkt man eben, dass die auch nicht so, nicht so über, über alles mögliche erhaben sind, wie man denken würde. Wobei man muss sagen, und das ist auch so die, die Tragödie, man versteht hier auch durch die Serie, warum der Jedi-Orden letzten Endes zerfallen ist und dass die Jedi sich bis zu einem bestimmten Punkt ihrem Untergang auch leider, ja, ein bisschen selber zuzuschreiben haben, sag ich mal. Die haben sich das mit verschuldet, definitiv, die, gerade die Jedis kriegen hier auch eine Graustufung ab, dass man versteht, wieso Ahsoka sich von denen abwandelt, davor waren sie nur die Guten, durch Clone Wars haben alle Parteien irgendwas Intrigantes, Graues an sich, dass man da wirklich die Hoffnungslosigkeit, die viele der Charaktere mit sich tragen, absolut verstehen kann. Sie verlieren halt auch eher so ein bisschen diesen, also es ist immer nur vom Auserwählten die Sprache, es ist immer nur der eine, der kommen wird und das Gleichgewicht bringen wird und sie glauben ja auch bis zum Ende nicht wirklich daran, dass sie auch unterlaufen werden, ja, oder dass so Leute wie Count Dooku, der ja dann Darth Tyranos wurde, dass das nur so einzelne, einzelne Schicksale sind, was ja, und dabei verkennen sie einfach die Situation, wie viele, ihre eigenen Anhänger und Jedis einfach so mit sich hadern und so mit sich und immer wieder auch doch Richtung dunkle Seite marschieren und doch so voller Angst sind. Und das wird auch in der Serie immer klar, ja, also, weil man ja wirklich sehr, sehr viele Jedis kennenlernt und auch ein bisschen mehr von ihnen erfährt und das finde ich, das ist einfach so toll an dieser Serie zu sehen, der fällt oder der fällt nicht oder der hadert mit sich, der hadert mit der Entscheidung, sei es jetzt Baris Offi oder Shakti und dann hast du immer noch die Leute, die halt so an das, so Nonplusultra, die Jedis, yay, ja, Yoda zum Beispiel, der ja auch lange Zeit immer von, der immer, dieser gut gelaunte Grüne ist, aber auch immer mehr in so eine, ja, dunklere Stimmung verfällt, ne, was man ja dann in Episode 3 kennt, wo er ja eigentlich ziemlich in sich gekehrt auch ist und auch sehr verschwiegen ist, Mace Windu und so weiter. Genau, wo er dann einfach irgendwann mal auch zeigt, was er wirklich drauf hat, Yoda-Folgen sind aber auch ein Highlight, das muss man sagen. Der kleine grüne Kampfzwerg und also es ist wirklich, du siehst bei vielen, also so wie ihr es sagt, die Jedis waren dem Untergang einfach geweiht, ja, es war gar keine andere Möglichkeit mehr da, du hättest sie auflösen müssen oder halt zerstören müssen, was dann ja am Ende ja leider dann auch passiert ist. Die hätten sich einfach, das ist, ich muss dazu sagen, ich hab den Roman zu Episode 3 gelesen von Matthew Stover damals und der geht tatsächlich dann auch so, so auf diese Zusammenhänge ein, beziehungsweise versucht dann fast schon so in Kapiteln zu analysieren, warum die Jedi eigentlich gescheitert sind, beziehungsweise weil die halt auch ziemlich verstockt sind in ihrer ganzen Dogmatik ihres Ordens. Und das sind interessante Aspekte, die ja einfach immer wieder aufgeworfen werden, also man merkt einfach wirklich, wie der Krieg die alle verändert, in ihrer Moral und in ihrem Verhalten und in ihrer Entscheidungsgewalt. Also das bereichert hier einfach nochmal wirklich wahnsinnig dieses Prequel-Universum, was einem nach dieser Serie sehr viel interessanter erscheint als in den Filmen. Es kann aber auch danach sein, dass ihr danach Clone Wars, die Handlung von Mandalorian, ein bisschen danach Alarm findet. Geht zumindest mir so, das erweitert Mandalorian, schmälert es aber auch für mich so ein bisschen, also ein zweischneidiges Lichtschwert in der Hinsicht. Ich hätte da sogar noch so einen Anspieltipp, der besser ist vielleicht als der Pilotfilm. Bei der Staffel 2, die Episoden 12 bis 14, die spielen auf Mandalore. Da hat auch unser Jon Favreau eine Synchronrolle. Und da taucht dann zum ersten Mal das schwarze Lichtschwert auf, das Moff Gideon dann bei Mandalorian hat. Also da könnte man eventuell eine gute Brücke zu den Clone Wars schlagen, weil da auch diese Mandalorian-Chronik mal so ein bisschen angeschlagen wird und auch der Ehrenkodex. Wobei sie sich ja da aber auch wieder nicht an das halten, was sie ja mal vorgegeben haben, ne? Ja, das Feel-Red-Kon. Wie Bo-Katan und dem Darksaber, dem Dunkelschwert, dass man es ja nur sich erkämpfen kann. Ja, darum geht dann in der Serie komplett widersprochen. Das war halt, ach ja, gut. Eins möchte ich noch erwähnen, der Krieg und dieser Zerfall der Jedis und auch der einzelnen Charaktere. Wir reden hier gerade mal von drei Jahren. Ja. Also diese ganze Serie spielt über drei Jahre hinweg und bis dann zum Ausruf im Prinzip des intergalaktischen Imperium. und wir reden hier von, also gerade mal drei Jahren, ja, wo alles den Bach runtergeht, was über Jahrtausende gehalten hat, ja. Ja, gehalten hat. Ja, Bestand hatte einfach, ne? Die Jedi. Also selbst die Mandalore-Kriege wurden, hat die Jedis nicht zu Fall gebracht und sämtliche andere Dinge, die Sith-Kriege und, aber dieser eine galaktische Krieg, ja, dieser eine, Wahnsinn. Wobei man, äh, was man hier vor allem auch besser nachvollziehen kann, warum die Jedis so blind sind gegenüber, ja, einfach den Feinden in ihren eigenen Reihen, ne? Vor allem auch im Senat, der ja immer weiter korrumpiert wird, auch durch, äh, durch Palpatine, der auch eine grandiose Figur ist in dieser Serie. Also der ist, der ist generell eine grandiose Figur. Da muss ich auch die deutsche Synchro nochmal hervorheben, da kann man auch nochmal sagen, äh, wer hier wirklich maximales Star-Wars-Feeling haben möchte und nicht, äh, kein Problem mit deutscher Synchro hat, der guckt das bitte auf Deutsch. Weil wir haben hier nahezu wirklich alle Sprecher aus den Filmen vertreten, bis in die kleinsten Nebenrollen, das ist so grandios, wirklich. Und welche Charaktere, die noch nicht existiert haben, werden für die Zukunft auch exakt von denselben Sprechern wieder gesprochen. Ja. Also Ahsoka Tano zum Beispiel, die es ja gar nicht gab, die von, äh, Josefine Schmidt gesprochen wird, äh, spricht sie auch in The Mandalorian. Genau. Ja, oder Saw Gerrera, Saw Gerrera war eigentlich auch, die, also viele, die die Serie jetzt nicht gesehen haben, kennen ihn eventuell, äh, eventuell nur aus Rogue One. Dabei ist es aber eigentlich ein Clone Wars Charakter. Genau. Als Jugendlicher noch. Ja. Äh, äh, der noch gar kein Rebellenanführer oder Widerstandskämpfer oder sowas ist, sondern zwar unterdrückt lebt, ja, aber sich dort eigentlich erst so als Radikaler entwickelt, den man dann ja später in Rogue One und so weiter kennt. Auch der wird von demselben Engel, ähm, nicht Engelbild von dort aus, sorry, Julius, äh, Jelinek gesprochen. Also auch die Charaktere, die eingeführt wurden, Bo-Katan, ja, im Englischen Katie Sackhoff, spricht sie auch selbst, wird in The Mandalorian von Heide, äh, Domanowski gesprochen. Ja. Und von Katie Sackhoff gespielt, was das mit einer Macht. Ja, das, 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 das finde ich, äh, extrem geil an The Mandalorian, dass sie, dass sie die Schauspieler jetzt, äh, in Real Life nochmal gecastet haben für ihre Rollen aus Clone Wars. Ja. Das ist extrem geil, das muss man echt sagen. Ich meine, Martin Kessler, der ja eigentlich alle Klone spricht, äh, ich, 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 ich würde gerne seine Quittung sehen, die er ausgestellt hat in den ganzen Jahren, äh, weil ich, also, was der am Synchronisieren ist und was der, der also wirklich an Liebe in jede einzelne Figur bringt, ja. Ja, vor allem bei den Klonen, also, allein schon, wenn die, hat ja Patrick schon gesagt, die führen eigentlich, also, im Grunde führt Martin Kessler in manchen Folgen wirklich Selbstgespräche. Die ganze Folge, aber es ist so kambiös. Also, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Escape Land, wenn euch das was sagt, der Film, ja, Dunneberg, ja, der ja eigentlich die steute Stimme von, von, ähm, äh, Stallone und Schwarzenegger ist. Und in der, in dem, in dem Trailer oder in dieser, in diesem Trailer, der damals erschien, war's noch dieselbe, also, Dunneberg, der beide sprach und dann hat man sich ja kurzfristig, bevor der Film wirklich in die deutschen Kinos war, dafür umentschieden, weil die beiden zu viele Dialoge miteinander hätten und man würde nicht die, die Unterschiede heraus manchmal hören. Ja, dann wurde ja Schwarzenegger von jemand anderem gesprochen und Dunneberg sprach dann Stallone und wenn man sich hier die, die Folgen anguckt, grad, und es ist wirklich in jeder Folge eigentlich, wo die Klone miteinander sprechen und trotzdem, es wird einem nicht überdrüssig, ja, und es ist, kommt trotzdem ein Dialog heraus, wo ich genau weiß, das ist Cody, der spricht, das ist der Rex, der spricht, das ist der Wolf, der spricht, das ist jetzt, äh, der Fives, der spricht und, äh, und so weiter. Und das muss man erst mal hinkriegen, ja, für, für mehrere Staffeln über. Großes, großes Kompliment an Martin Kessler und generell an die ganze Synchro, muss man echt sagen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe auch mal auf einen Real-Life-Auftritt von Rex, weil das war so der Klon, der mir mit am sympathischsten war oder geworden ist. Ich denke vielleicht in Ahsoka in der, in der Real-Serie wird, wird eventuell. Ahsoka ist ja auch am meisten mit Rex verknüpft von all diesen Klon-Wars-Charakteren, die beiden haben zusammen eine richtig geniale Entwicklung durchgemacht. Okay, ähm, ich würd sagen, wir kommen mal zum Ende von Klon-Wars, weil wir haben ja noch Rebels im, äh, Köcher. Ja? Ja. Wollen wir am, kurz vielleicht ein kleines Fazit jeder für uns, äh, formulieren und, äh, vielleicht auch eine Wertung rausgeben für Klon-Wars, beziehungsweise wer sich die ansehen sollte oder der vielleicht einfach mal eine Chance geben sollte? Ich würd ganz klar sagen, schaut's euch an. Also, wer Star Wars liebt, ich denk, dass es viele schon gesehen haben, die Star Wars über alles lieben, also die, die Nerds und die, die, wer auch immer, die Geeks und wie man sie alle nennt, die werden das eh schon gesehen haben, aber jeder, also ich kann's nur jedem ans Herz legen. Auch wenn der Film vielleicht jetzt nicht so mega gut geraten ist und auch wenn die ersten Staffeln sich so, die, gerade die Erla erste oder zweite Staffel, die sich so ein bisschen ziehen oder so ein Mischmasch, ja, es lohnt sich einfach, spätestens ab, also ab Staffel drei oder vier lohnt es sich komplett mit einzusteigen, weil Mandalore kommt, wenn man Mandalorian gesehen hat, es kommen so viele Charaktere, die man in anderen Filmen sieht. So wie ihr es auch schon sagtet, mit Palpatine, der eine grandiose Darbietung des Imperators zeigt und anschauen. Schaut's euch an, es ist Star Wars, äh, ja. Wie viele Lichtschwerter vergibst du? Also, ich werde einen kleinen Abzug machen, ja, ich werde nicht bei fünf Sternen oder Lichtschwertern einsteigen. Mhm. An sich müsste ich fünf geben, weil die Serie hat mich immer gehypt, sie hypt mich jetzt noch immer, es ist toll gemacht, äh, ich kann auch über diesen Mischmasch ein bisschen hinübersehen und am Ende bin ich auch versöhnt worden, so ist es ja nicht. Aber was mir bis heute tief im Magen einfach liegt, ist leider dieses, und das jetzt spoiler ich ein bisschen, dieses abrupte Ende damals von Staffel sechs. Ja, das haben sie dann ja jetzt, da müssen wir vielleicht noch kurz drüber reden, über Staffel sieben, die ja vor einem Jahr rauskam, die wurde ja nachgeschoben, die Serie, die, also mit dem Umzug nach Lucasfilm, wurde die Serie dann ja beendet und dann kam ja Rebels, da kommen wir ja gleich zu. Genau. Und, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also, es hieß halt immer, ja, sie könnten damit jetzt doch noch irgendwie das machen, was sie, was sie schon irgendwie vor Jahren haben wollten, aber wenn ich ehrlich bin, das, was sie eigentlich machen wollten und warum sie die Staffel gemacht haben, es sind eigentlich nur die letzten vier Folgen, beziehungsweise dieses zusammenhängende Finale, was wirklich fantastisch ist. Das ist der Bessere, die Rache der Sith, könnte man fast sagen, obwohl es parallel dazu spielt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber die anderen Sachen, also, da können wir dann gleich nochmal darüber reden, weil, also, also, die siebte Staffel besteht ja eigentlich nur aus einem Mehrteiler, der eigentlich nur das Bad Batch einführt, der eigentlich so gesehen eigentlich ein gigantischer Trailer ist für die Spin-Off-Serie, die jetzt halt kommt. Mhm. Also, also, weiß ich nicht von wegen, man muss jetzt irgendwie krampfig mehr Diversity und mehr weibliche Figuren da reinbringen und der Plot war halt wirklich völlig bescheuert. Lückenfüller. Ich würd's einfach Lückenfüller nennen. Ein Gewürzschmuggel, ja, wie unspektakulär geht's eigentlich? Ja, vor allem einfach mit Charakteren, die völlig aus dem Nichts kamen und die einem herzlich egal waren. Aber, wie gesagt, das Finale am Ende mit Ahsoka und auch nochmal Darth Maul, der da auftaucht, das ist, es ist, es ist einfach nur fantastisch, wirklich, das, sonst, wenn, wenn ihr darauf neugierig seid, Leute, dann, okay, ihr werdet dann vielleicht nicht so viel verstehen, aber die letzten vier Folgen sind ja wirklich in, in Parts eigentlich ein, also, die, die Serie beginnt und endet eigentlich mit einem Kinofilm, könnte man sagen, aber das Ende funktioniert deutlich besser als der Anfang. Also, wie gesagt, ich kann das leider nicht verzeihen, dass es 2014 einfach so abrupt endete, vor allem, weil gerade es für mich auch spannend wurde, weil Darth Bane eingeführt worden ist. Ja. Und auch über Saife Dias, sein Schicksal, ja, was ja auch in Episode 2 irgendwie so reingeschmissen wird auf Kamino von, von Obi-Wan Kenobi und den Kaminoanern. Und keiner weiß erstmal, who the hell is Saife Dias? Ja. Hab ich noch nie von gehört, hat man noch nie gehört, dass es vielleicht irgendwie ein toller Jedi war, plötzlich heißt, Saife Dias hat die Klonarmee bestellt, aha, okay, schön, dass der das darf. Aber da wollte man ja eigentlich dann mehr auf dieses Schicksal einfach, und wer ist der Typ überhaupt, der einfach mal eben so, keine Ahnung, drei Millionen Soldaten bestellen darf? Äh, und was weiß der, was die Jedis nicht wussten, ja, weil ein Krieg kommen wird? Äh, daher, dieses abrupte Ende fand ich einfach unfassbar schade. Ja, ja, da konnten sie ja nix. Das ja auch nie wirklich erklärt wurde, ja, es wurde nämlich einfach, zack, ein Cut gemacht. Mhm. Weiß nicht, ob's vielleicht daran lag, weil 2014 endete die Folge, 2015 kam dann The Force Awakens, vielleicht wollte man diese, diese Prequels nicht mit den Sequels mischen, oder man hatte Angst, ich weiß es nicht, vielleicht war's gut. Nee, es hingen, es hingen tatsächlich schon mit dem, mit dem Aufkauf von Lucasfilm zusammen, also durch Disney, und Disney wollte dann mit Rebels einfach in eine völlig andere Richtung gehen. Ja. Und, äh, die sechste Staffel ist ja auch nicht wirklich vollständig, das sind ja nur noch die Folgen, die sie nachgeschoben haben, die halt bereits fertig waren, nachdem die Serie auf der Hälfte abgesetzt wurde. Wohl aber auch, glaub ich, quotentechnisch, das weiß ich jetzt nicht genau. Also daher, ich mach viereinhalb Lichtschwelle, um's kurz zu machen. Okay. Alles klar. Patrick, wie ist es bei dir? Ah, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ich hab's ja am Anfang angeteasert, die Serie hat sowohl mit die schwächsten Star Wars Momente, ich sag nur Baby-Jobber, also die Serie fängt wirklich mit einem verdammten Baby-Jobber an. Ja. Steigert sich dann aber so extrem, dass die Serie wirklich so ein Wechselbad der Gefühle ist. Die Animationen, die werden irgendwann besser und sehen dann nicht mehr aus wie so eine abgehackte Playstation-2-Sequenz, sondern das gewinnt auch merklich an Qualität. Man muss sich eben durch viele belanglose Filler-Folgen auch kämpfen, aber wenn die Serie einpackt, dann macht sie es richtig. Deswegen bin ich da bei 3,75, einfach weil ich die besser bewerten will und muss als Mandalorian. Ja, und willst du mir gerade sagen, dass du nicht Mama Hood geliebt hast? Nein. Ich mochte die ganzen Graustufungen, also wir haben da wirklich einige interessante, intrigante Charaktere vergessen, bei denen es allen irgendwie Spaß macht, denen zuzusehen, obwohl das ziemliche Arschlöcher sind, haben die eine Spielfreude, dass man da dran hängen bleibt und regelrecht gefesselt wird. Und solche Charaktere fehlen bisher den, sagen wir mal, mainstreamigeren Star-Wars-Projekten bisher für mich. Da wäre ich mal dankbar über solche Graustufen. Und ja, es macht Spaß. Die Prequel-Trilogie gewinnt einiges mehr an Fleisch. Und das Finale ist einfach, das Finale hätte ins Kino gehört, der Pilotfilm hätte von vorne her, ja, der Pilotfilm hätte oder auf Netflix oder auf Disney. Die bloß einfach kostenlos reingestellt werden müssen, der wäre mir damals kein Kino-Ticket wert gewesen. Gut, da war halt lange vor dem Streaming-Zeitalter, aber vielleicht ist das sogar eigentlich der Punkt, womit man die Serie am besten beschreiben kann. Der Pilotfilm kam ins Kino, war kein Kinofilm. Das Finale kam nicht ins Kino, wäre ein Kinofilm gewesen. Ja. Ich hab an einigen Stellen gerade Tonalprobleme mit der Serie, ich weiß sie aber trotzdem zu schätzen. Sie zieht einen deutlich mehr in dieses Universum rein, wie ich finde. Ich bin am Ende tatsächlich bei dreieinhalb von fünf Lichtschwertern. Die hat, wie gesagt, viele Probleme, aber auch sehr, sehr viele tolle Folgen, sehr viele Sachen, die Star Wars wirklich auch schon mit einem Genre-Einschlag in eine völlig andere Richtung treiben. Deshalb ruhig mal eine Chance geben, auch wenn der Animationsziel gewöhnungsbedürftig ist, aber der wird eigentlich mit jeder Staffel auch besser. Das muss man auch sagen. Und wo wir jetzt schon mal Animationsziel sind, da können wir dann eigentlich auch den Wechsel zu Rebels machen. Die gab's ja dann ab 2014, soweit ich weiß, ursprünglich auf Disney XD. Boris, warte mal deines Amtes, worum geht's denn in Rebels? Also auch hier muss ich mal ganz kurz vorher erwähnen, dass, wenn man Clone Wars kannte, Rebels zeichnerisch gesehen definitiv ein extremer Umschwung war. Also es war überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Rebels auch von Dave Filoni, aus seiner kreativen Ader heraus, spielt mittlerweile gar nicht mehr so kurz, also so weit entfernt von der Schlacht von Yavin, also von Episode 4, Eine neue Hoffnung. Spielt nämlich in den Jahren 5 bis 1 vor der Schlacht von Yavin, wenn man wieder diese fiktive Zeitrechnung nimmt und handelt. Also Hauptfiguren in dieser Serie sind Ezra Bridger. Und die Crew bestehen dann aus Kanan Jarrus, Hera Syndulla, Sabine Wren, Zepp, Aurelius und Chopper, den lustigen Droiden. Ja. Die lustigen Droiden, die dann im Prinzip die Entstehung und Intensivierung, würde ich es jetzt mal nehmen, weil Entstehung, naja, es stand ja schon, aber so die Intensivierung der Rebellion. Ja, also wie hat sich die Rebellion entwickelt und aus was und wie haben sie ihre Flotte zusammengekratzt und darum geht es eigentlich. Also es ist mittlerweile das Imperium, wir reden nicht mehr von Klonen und auch nicht mehr von der Galaktischen Republik, sondern es ist jetzt ganz klar in der Zeit des Imperiums, hier gerade der Imperator ist auf dem höchsten Punkt seiner Macht. Ja, das Imperium unterdrückt reihenweise Planeten, ganze Systeme sind unterjocht, ja, und hier kommt plötzlich ein junger, aufstrebender Junge, der noch sehr kindlich wirkt, gerade in der ersten Staffel. Ja, und wird plötzlich Gegner des Imperiums, ne? Gewisse Parallelen zu Ahsoka sind hier auch nicht abzustreiten, das ist anfangs auch ein sehr grüner Charakter. Ja, also absolut grün hinter den Ohren. Der dann sich von Staffel zu Staffel, ähnlich sagen wir auch mal wie bei Avatar, entwickelt, reifer wird und auch zu einem recht interessanten Star Wars Charakter wird. Ich erinnere nur an Mandalorian Staffel 2, wo wir gerätselt haben, hm, wer rettet denn jetzt Grogu? Und viele hatten da Ezra Bridger auf dem Schirm, der es ja dann letztendlich nicht wurde. Ja, aber der noch auftauchen könnte in der Ahsoka, in dem Ahsoka-Spiel. Ja, auch er ist ziemlich mit Ahsoka verbandelt. Man merkt so einen gewissen Zeitsprung, also die Serie ist weicher gezeichnet, man will das jüngere Zielpublikum deutlich mehr ansprechen, das merkt man auch an diesen vielen eingestreuten Chopper-Sequenzen. Oh ja, ja, ja. Kein Freund von. Sabine Wren haben wir nicht erwähnt, die spielt ja auch eine größere Rolle, auch in Hinsicht mit dem Darksaber. Hier haben wir dann natürlich mit Sabine Wren eine Mandalorianerin. Genau. Mit Hera Sandula haben wir eine direkte, ich weiß gar nicht, ist es die Tochter von James Sandula, den hier von den Twi'lek aus Clone Wars, ne? Mhm. Das ist ein Nachkommen, ja. Genau. Ja, das sind so schöne Sachen bei Dave Filoni tatsächlich, ne? Er verbindet. Genau. Ohne, dass die alle um zig Ecken miteinander verwandt sein müssen, aber das sind schöne Details. Aber gut, also ich glaub, das reicht, um die Serie grundsätzlich zu umreißen. Was man hier erwähnen kann, die Handlung ist nicht mehr sprunghaft, man merkt, man zielt hier doch mehr auf ein kindliches Publikum an. Das folgt der ganzen Serie über diesen einen Team um Ezra Bridger. Genau. Da brauchst du jetzt keine Timeline mehr, um das zu verstehen. Du kannst die Serie durchbingen, ohne dass dir der Kopf raucht. Ja, und ohne dass du einen Episodengeiter nebenliegen haben musst. Genau. Ja gut, bei Disney Plus ist ja alles. Aber ich weiß nicht, die haben bei Disney Plus jetzt zum Beispiel auch echt die Möglichkeit vertan, bei Clone Wars da die richtige Reihenfolge hochzuladen. Also das hätte denen keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Gut, Star Wars Rebels lief vier Staffeln lang, von 2014 bis 2018. Ja, und ich habe, wenn es hochkommt, etwas über die Hälfte der ersten Staffel gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Ihr habt alles gesehen. Ja. Ich kann dir mal sagen, wie so meine Eindrücke sind. Also, ja, es ist so ein bisschen wie bei Clone Wars, man braucht eine gewisse Warmlaufphase und man muss auch erstmal diesen Figuren warm werden, weil die halt wirklich auch alle neu sind. Und teilweise auch halt wirklich Kreaturen oder Alienrassen oder was auch immer, die man halt wirklich überhaupt nicht kennt. Ich muss sagen, ich mag aber diese zusammengewürfelte Truppe irgendwie, auch deren Entwicklung. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich mit der Hauptfigur irgendwie so, ich finde den einfach wahnsinnig uninteressant, muss ich echt sagen. Also, bislang halt natürlich. Also, zu Beginn, es ist ein sehr schwieriger Einstieg, auch gerade für diejenigen, die halt Clone Wars kannten, war es definitiv ein schwieriger Einstieg. Es wird ein bisschen, ja, ein bisschen leichter gemacht. Man bringt gerade auch relativ am Anfang Obi-Wan zu diesem Zeitpunkt jetzt schon Ben Kenobi, ja, auf Tatooine. Man bringt Luminara und Dulli. Man bringt auch Yoda relativ am Anfang mit rein. Also, man versucht immer mit bekannten Charakteren, selbst Lando Calrissian kommt vor, gerade in der ersten Staffel. Ja, man versucht natürlich mit bekannten Charakteren ein bisschen den Einstieg zu erleichtern. C3PO, R2, D2, Bail Organa sind alle in der ersten Staffel vertreten. Es braucht seine Zeit. Also, gerade die erste Staffel ist auch nicht so meine beliebteste Staffel von dem Ganzen. Genau, überhaupt nicht, Patrick. Mich hat's, und das muss man einfach so sagen, ja, man braucht ja nur auf Wikipedia gehen oder sonst wo, oder Jedipedia. Richtig, richtig gepackt, also jetzt abgesehen von den Großinquisitoren, richtig gepackt hatte mich die Serie einmal in Staffel 2. Ich möcht's einfach mal spoilern, wenn nicht einfach mal kurz 10, 20 Sekunden weiterdrücken. Es kommt Captain Rex wieder. Mhm. Ja. Und ab Staffel 3 war ich voll wirklich drinne, weil endlich ein Charakter, der lange Zeit dann bei der Übernahme Disneys von Star Wars einfach als Legends, äh, ja, desertiert, oder wie sagt man das? Degradiert, ja, ja. Degradiert, genau, degradiert wurde, ausrangiert wurde und wo viele Star Wars Fans, äh, wirklich sauer waren. Ja. Boah, also Galle gespuckt haben, ja. Mittlerweile wurde er ja aber in Mandalorian weder eingeführt oder zumindest erwähnt, ja. Ja, und da bin, da bin ich auch, da bin ich auf die Knie gefallen, muss ich sagen, ja. Ja, richtig, genau. Er existiert auch in diesem Universum, aber er war ja lange Zeit verschollen und als Legends. Groß Admiral Thrawn, gesprochen von Lars Mikkelsen, also den Bruder von Mats Mikkelsen. Genau, wo man auch hoffen kann, dass er eventuell in der Ahsoka-Serie auftaucht, dass bitte auch Lars Mikkelsen ihn spielen soll. Ja, äh, Groß Admiral Thrawn ist halt wirklich so ein, ja, so eine, so eine Legende des, des Legends-Kanon. Also, ja, ursprünglich erfunden von Timothy Zahn. An der Stelle kann ich auch ganz kurz empfehlen, ich weiß nicht, die kennst du bestimmt, Boris, die, die deutschen Hörspiel-Adaptionen von den Erben des Imperiums-Büchern. Genau, leider muss man davon ein bisschen jetzt Abstand nehmen, weil die Rolle, die Thrawn zu dieser Zeit hat, also gerade in den Legends, ist ja eine ganz andere. Ja, in den Legends kommt ja eigentlich Thrawn mehr oder weniger erst nach dem Fall des Imperiums und man hat ihn ja jetzt dann eingeführt in Rebels während des Imperiums, also noch vor der Schlacht von Javin. Also, wo das, wo der erste Todesstern im Prinzip zerstört worden ist. Also, diese Rolle tut sich ein bisschen unterscheiden auf jeden Fall. Für mich ist Admiral Thrawn so ein bisschen so der Hans Lander des Star-Wars-Universums. Oh ja. Er ist sehr clever und gerissen. Ja, könnte man so nehmen. Ja, was er da bei der Jagd auf die Jedi macht, das ist halt wirklich schon sehr um die Ecken gedacht. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Gegner, den du mit dem Jedi-Handwisch-Trick mal eben ausknockst, sondern der verbeißt sich in dir wie so ein Bluthund. Fand ich sehr genial geschrieben, diese Rolle. Aber sie haben im Deutschen auch Thomas Nero-Wolf besetzt, glaube ich, ne? Also, der zum Beispiel auch Hugh Jackman spricht. Ja, ja. Weil der spricht nämlich den Thrawn auch schon, wie gesagt, ich kann nur diese deutschen Hörspiele empfehlen. Die sind Star Wars für die Ohren, wirklich. Findet ihr sicherlich auch auf YouTube. Ja, gibt's da. Da freu ich mich definitiv schon drauf. Also, ja, also ich muss mit der Serie noch so ein bisschen warm werden. Ich find halt die ganzen Nebencharaktere interessanter als Ezra. Was für mich so eine Krankheit ist, die für mich auch The Mandalorian hat. Ich möchte eine Sache noch dazu sagen zu Thrawn. Man muss bedenken, dass Thrawn einer der ganz, ganz wenigen nichtmenschlichen Offiziere im Imperium ist. Ja. Die im Dienste des Imperiums sind. Also, gerade das Imperium, was ja, ich möchte auch nochmal verweisen auf den Bad Batch-Podcast, den wir gemacht haben. Auch da hab ich's erwähnt. Das Imperium war von George Lucas ja angelehnt an das Nazireich. Ja. Ja, und der Rassismus, der im Imperium existiert gegenüber Nichtmenschen, also der nichtmenschlichen Rasse, macht das so eine Besonderheit, dass grad, also die Spezies, was Thrawn darstellt, ist ein Chiss. Mhm. So nennt man diese Rasse einfach. Und ist eigentlich eine absolute Seltenheit, dass grad ein Großadmiral von einem Alien, ja, begleitet wird, also der Dienstgrad. Und das macht ihn so besonders an der Geschichte auch nochmal. Ja, er stellt sich ja auch allein mit seiner weißen Uniform sehr nochmal von allen Offizieren herab. Er sticht aus der Gruppe heraus, ne? Das ist aber auch generell das Schöne, sowohl an Clone Wars oder auch The Mandalorian, ja gut, da muss ich dann sogar The Mandalorian mit reinnehmen. Sie schaffen es tatsächlich, diese ganzen Sachen, also, sagen wir's wie es ist, ich war mega angepisst, als sie halt den alten Kanon zu Legends degradiert haben. Mhm. Und sie haben jetzt mit den Jahren auch selber gemerkt, dass das eine Scheißidee war. Jetzt holen sie immer mehr zurück. Genau, sie reaktivieren immer mehr, allein schon Thrawn, das ist ja wohl das größte Geschenk, was sie einem machen können. Ja, nee, also, ich muss sagen, also auch im Hinblick auf die Sequel-Trilogie war ich da halt wirklich sauer, weil sie erklären dann alles für nichtig und bedienen sich dann lustig, genau aus diesem Topf. Also, das fand ich schon echt dreist. Aber ich muss sagen, Daphiloni macht das wesentlich besser. Auch, doch, ich glaub, in The Clone Wars hat er ja auch schon Anleihen, glaub ich, aus dem Legends-Kanon. Also, da war's natürlich noch nicht Legends. Aber es ist halt schön, dass er da Sachen aus dem Expanded Universe bringt. Bei Clone Wars war das schon in der Hinsicht, dass man dann Daph Mawls Entwicklung wieder zurückgeholt hat. Schon allein daran hat man das gemerkt. Gerade Daph Mawl, Achtung, Spoiler, wird hier auch auftauchen. Und es gibt hier wirklich extrem gut geschriebenen Fanservice, der nicht so aufgesetzt wirkt. Also, man kriegt hier viele Kämpfe, auf die sich Fans wirklich freuen können. Also, wir haben hier noch mal das Rematch von Darth Vader gegen Obi-Wan. Dieser Endkampf ist deutlich spektakulärer als der in Episode 4. Ja, gut. Spektakulärer als der geht auch eigentlich nur. Ja, ich wollte es nur herausstellen, weil dieses ... Ja, ja. Der alte Mann opfert sich, das kann man einfach nur toppen. Und, ja, es gibt eben auch dann einige Bekannte aus der Rebellion. Mon Mothma kommt auf einmal, Großmoth Tarkin kommt. Für mich so einer der interessantesten Charaktere, über die ich aber nichts sagen will, ist Bendu. Diesen Charakter mochte ich sehr. Der hat eine sehr interessante Erscheinung gehabt. Und auch eine coole Stimme. Also, der wurde von Tom Baker synchronisiert. Da wirkt der Inquisitor aus der ersten Staffel, der wirkt im Vergleich zu dem, was dann später kommt, relativ billig. Also, eher so ein zweckmäßiger Bösewicht. Eher so dieser zweckmäßige ... Es ist so ein alter Nemesis von Kanan. Der muss daran wachsen. Und danach stößt auch Ahsoka immer wieder mal ins Team. Also, man kriegt ja auch offene Fragen von Rebels dann beantwortet. Hat ein paar überraschende Wiedersehen. Und man steuert so ein bisschen auf die Rebellion zu, beziehungsweise die Rebellion steuert auf was Größeres zu. Davor hat sie nur im Untergrund stattgefunden. Und die Rebellion wird mehr und mehr zu einer größeren Macht, vor der sich das Imperium vielleicht in Acht nehmen sollte. Also, die Staffel hat was deutlich Hoffnungsvolleres als zum Beispiel Clone Wars an sich. Siehst du, ich sag aber auch, Patrick, zum Beispiel, dass die, grad die Inquisitoren, find ich, auch wieder neue Fragen aufwerfen. Also, nicht nur Fragen beantworten, die man vielleicht mal hatte, sondern, was man ja erst so wirklich so ein bisschen bei den Sequels herausgefunden hatte, Episode 7 bis 9. Es gibt also nicht nur den reinen Sith, der die dunkle Macht nutzt, sondern es gibt auch dunkle Machtnutzer, die gar nichts mit dem Sith zu tun haben wollen. Oder gar keine Sith sind. Also, keine Sith Lords, keine Sith Schüler. Kam ja schon in Clone Wars, ne? Genau, ja. Genau, hatten wir auch erst in Clone Wars eigentlich wirklich, weil ich fand, grad in den Filmen gibt's immer nur ganz klare, es gibt die Siths, ja, die nutzen die dunkle Macht. Und du hast die Jedis, die nutzen die helle Macht. Du hast aber noch nie, außer in diesen Serien immer erfahren, dass es auch Leute gibt, die sagen, okay, nein, wir gehören weder zu den Jedi, nein, oder wir gehören auch nicht zu den Siths und wir benutzen trotzdem die Macht. Ja. Und die Lichtschwerter. Genau, und die Lichtschwerter noch dazu, was ja eigentlich eher ein Zeichen. Ist für einen Sith oder für einen Jedi, weil grad der Großinquisitor oder auch die Brüder und Schwester, die ja dann darin vorkommen, die ja alle mit ihren Lichtschwertern rumfuchteln und alles mögliche können. Die Schwester zum Beispiel, die hat einen sehr seltsamen Griff, also die hat da so eine Umrundung und in der Mitte. Und der Inquisitor hat wie so einen klassischen Säbelgriff an seinem Lichtschwert. Es sind ja keine Siths. Nee. Sondern es sind nur dunkle Machtnutzer. Ja, und vielleicht war deswegen die Bedrohung der ersten Staffel kleiner angelegt. Ich sage nur, im Vergleich zu dem, was kommt, der verblassen die dann doch schon sehr. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, das gefiel mir schon tatsächlich in der ersten Staffel so dieser Gedanke von Inquisitor. Ja, also von wegen, also es heißt ja ... Hexenverfolgung. Genau, genau. Ja, das ist ja eigentlich auch im übertragenen Sinne, weil die Jedi werden ja auch als, weiß ich nicht, in The Mandalorian oder auch schon in Episode 7, wird eben gesagt, ja, es sind irgendwelche komischen Zauberer gewesen. Und da passt das eigentlich schon sehr gut. Und ich habe mir sowas ähnliches eigentlich auch immer vorgestellt, wenn es halt irgendwie hieß, dass Vader halt zusammen mit seinen, sage ich mal, Agenten des Imperiums halt Jedi gejagt und getötet hat. Das passt da eigentlich sehr gut rein. Oder die Sons of Kyle oder wie die Armee von Kylo Ren hieß. Ja, die Knights of Ren, ja, ja, genau. Also eins möchte ich schon vorab versprechen, ja, die Brüder und Schwestern der Inquisition, die dort gezeigt werden, haben weitaus mehr auf dem Kasten, als die Ritter des Ren. Ja, das ist jetzt aber auch nicht schwer. Die wurden ... Die standen ja nur da. Ja. Zu so halb gar war das. Die Inquisitoren sind so gesehen wieder diese Kehrseite. Also Ahsoka Tano geht ja in eine ähnliche Richtung. Sie ist kein Jedi, sie benutzt aber die Jedi-Kräfte und auch Lichtschwerter. Und das alles hat sie sich selber angeeignet, teilweise sogar selber zusammengebastelt. Na, wobei du ja als Jüngling, den Status hat sie ja durchgemacht, ja lernst, wie du dein Lichtschwert selber zusammenbaust oder aus was. Oh, auch eine sehr schöne Folge in Clone Wars. Ja, also wirklich beigebracht, sich selbst würde ich jetzt nicht sagen in dem Fall, weil du kriegst definitiv, und die Stufe hat sie ja mitgemacht als Jüngling und Padawan, kriegst du ja beigebracht, wie du dein Lichtschwert aus welchen Materialien, gerade in dieser einen Folge, wo der Wookie, wo der Wookie, ein seltener Fall, dass ein Wookie ein Jedi wird. Genau. Aber zum Beispiel aus seinem Heimatbaum oder sowas, dieses Holz benutzt, da nimmt auch jeder nicht einfach nur die, ja, die Gegenstände, die einfach mal rumliegen, sondern es ist wirklich, es ist eine Verbundenheit zwischen dem, zwischen der Macht und dem, und den Materialien, die genutzt werden, bis hin dann zu dem Stein, ja. In den Küberkristallen, ne, genau. Genau, den Küberkristall. Das hat schon sehr was von, als ich die Folge gesehen habe, ist noch gar nicht so lange her, da musste ich sehr an Harry Potter denken tatsächlich, so von wegen, der Zauberstab sucht sich den Zauberer, ne. Der erinnert das sehr dran. Ich musste, ich musste an Knights of the Old Republic denken, weil da konnte man sich dann auch selber sein eigenes Lichtschwert zusammenbauen und dann auch die Farbe bestimmen. So gesehen kann man sagen, Ahsoka hat zumindest das Jedi-Seepferdchen gemacht, um sich so ein bisschen da was erzuhalten. Wobei man ja dann auch wieder erwähnen muss, was ja bis heute viele Star-Wars-Fans selbst immer noch nicht wissen, dass die roten Schwerter künstlich hergestellt sind. Ja, also die Schwerter der Sith, es gibt keine roten Küberkristalle, ja, die sind künstlich hergestellt und nicht mit der Macht wirklich verbunden. Okay. Ja gut, dann ist es vielleicht auch auffällig, dass rote Lichtschwerter vielleicht auch öfters von Leuten auch geschwungen werden, die nicht unbedingt machtbegabt sind. Nein, weil es ist ja so, dass du als Jüngling oder auch als Padawan, da gehst du in diese Höhlen, auf denen oder in denen diese Küberkristalle halt vorkommen. Illum, ne? Und, äh, ja, nicht nur Illum, also ich glaub, es gibt sogar noch zwei, drei andere Planeten. Ich mein, wir haben einen kennengelernt in Rogue One. Oh, ja. Ähm, Jedha. Ja, Jedha. Ach. Äh, das sind ja auch Küberkristalle und normalerweise sind diese Höhlen, werden bewacht von, von auch, äh, zwei Jedis mindestens, ja. Ja, ich glaub, sogar in dieser alten Folge, ähm, die, als altes Clone Wars, war sogar, äh, Luminara und Dooley und Barris Offee waren sogar die, die Hüter von einer dieser Höhlen. Ah, du meinst jetzt die Tartakovsky-Serie, ne? Ich glaub, da, ja. Ich glaub, da war's der Fall. Ja, ja, der Ralf Doku, die. Da hüten sie ja auch diese Kristalle und, also ich find, das ist schon, also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, grad diese Kristalle. Und die spielen in, äh, Rebels dann auch noch mal mehr eine Rolle? Na ja, ein Unterschied ist auf jeden Fall, äh, es ist so der erste Moment, wo die Jedi oder, ja, so ein bisschen auch mal von diesem Stigmata wegkommen oder diese alten, diese alten, ja, eindeutrinierten Regeln, ja, was wir ja grad in Clone Wars immer so gesagt haben, oh, das ist genau, warum dieser Verfall einfach irgendwann kam. Zum Beispiel Ezra benutzt ein, ein Laserschwert, was gepaart ist mit einem Laser, einem Shooter, äh, mit einem, mit einer Waffe, mit einem Phaser, ja, oder wie man's nennt, ich bin jetzt kein Trecki. Ähm, das ist ja eine andere Frage. Das war ein Phaser, kein Laser. Ja, genau, ich bin raus, aber er benutzt eine Laserwaffe im Prinzip mit einem Laserschwert und das würden die Ur-Jedis nie machen. Kanan und Ezra machen ja beide da auch eine sehr große Entwicklung durch. Kanan ist auch noch nicht ganz durch mit seiner Ausbildung. Er ist ähnlich wie Ezra sogar auf einer ziemlichen Selbstfindungsphase. Wen ich dabei ganz cool finde, ist eigentlich Agent Kellos. Also der macht in dieser Serie mit die größte und interessanteste Entwicklung durch von diesen Charakteren. Also den hab ich auch gern zu sehen. Das ist der, den David, den David Oyelowo spricht, ne? Genau. Genau, der, der Agent, dieser Sicherheitsagent. Ah, den hab ich auch schon gesehen, genau. Ja, das ist der mit, äh, mit so einem Tribunenhelm auf dem Kopf. Ich hatte ja, muss ich dazu sagen, also ich hatte die Serie dann ja angefangen, aber ich hab schon vorher auf YouTube einiges hingesehen. Und ich muss sagen, das Finale von Staffel 2, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber das ist schon emotional verdammt geil, ne? Also gerade wenn man, wenn man Clone Wars kennt und wenn man die Figuren kennt, ach, das ist einfach so ärgerlich, dass die sowas jetzt erst alles halt im Nachhinein erst dazu erfinden. Bei Rebels vielleicht jetzt gar nicht mal so gut, das kann ich natürlich noch nicht beurteilen, äh, in dem Ausmaß, aber das, das ist gerade in dem, in dem Finale von Clone Wars ist das einfach so frustig, dass, dass alle möglichen Sachen, die da parallel zu Episode 3 spielen, dass die interessanter sind als der eigentliche Film. Und das aber im Nachhinein halt total geradconnt wirkt, ne? Das, das ist einfach ärgerlich. Aber das ist doch genau, das, das ist doch genau das Problem, was Filme haben, beziehungsweise warum sich jetzt in den letzten Jahren die, die Medienwelt Richtung Serien entwickelt hat. Warum bekommen wir so viele Marvel-Serien, ja? Warum bekommen wir so viele Star-Wars-Serien, warum bekommen wir Game of Thrones, Herr der Ringe, die jetzt Spin-Offs von, von Game of Thrones und so weiter. Warum wird alles nur noch in Serien gemacht? Weil du die Zeit hast, viel detaillierter auf grad, also grad Star Wars, äh, Game of Thrones, äh, Marvel ist so unfassbar groß. Du kannst doch gar nicht alles in den drei Stunden, die Filme müssten ja zehn Stunden, ach, und selbst dann wird's nicht reichen. Du kannst die nicht in den zwei Stunden Film packen. Und du hast so viel, so viele Charaktere, ja, die, die so interessant am Ende sind, wo du noch erzählen möchtest. Und dafür bieten sich einfach Serien an. Serien sind so gesehen von der Struktur her besser vergleichbar mit dem Buch. Du hast die verschiedenen Kapitel, die du pro Folge erzählen kannst. Und dadurch gibt's hier eine organische Erzählung. Ich sage nur, nicht jedes Medium eignet sich dafür. Ich finde zum Beispiel Horrorfilme, gerade so diesen 90-minütigen Suspense, da taugen Serien nicht unbedingt dafür, weil da geht dann schnell die Puste aus. Also ich bräuchte jetzt keine Freitag der 13. Serie oder Freddy Krueger Serie oder so. Die Freddy Krueger Serie gab's schon, die war nicht gut. Nee, ich weiß, ich weiß. Aber genau deswegen war sie nicht gut, so wie du sagst. Ja, weil Horrorfilme, das sind so, okay, 90 Minuten, gib ihm Slasher, Splatter oder was auch immer. Da passt eine Serie nicht, ja. Aber grad Science Fiction oder auch Medieval Age, also auch das Mittelalter, ja, vielleicht auch Fantasy-mäßig einfach, so wie Herr der Ringe, Game of Thrones. Und da eignen sich einfach Serien perfekt. Ja, da kannst du einfach ganz anders mit dem Worldbuilding arbeiten. Ich mein, du würdest auch nicht eine Serie von Dirty Dancing anschauen, glaub ich. Ja, wer weiß. Netflix würde da seine Zielgruppe finden, glaubt mir. Okay. Auch wenn wir da nicht dazugehören. Was man jetzt aber nochmal abschließend sagen kann, dass aus meiner Sicht machen sowohl Clone Wars als auch Rebels, das kann ich jetzt schon auch gelten für Rebels sagen, also die Star Wars Filme mögen sein, wie sie sind, aber eigentlich bekommst du erst in diesen Serien wirklich Gelegenheit, diese Universen zu erforschen, aus meiner Sicht. Na, beziehungsweise dadurch entstehen die. Und man muss das auch sagen, und das ist das Schöne, was beide Serien eigentlich auch für mich nochmal auszeichnen und nach oben tragen. Du merkst eigentlich, dass in Star Wars theoretisch eigentlich unendliches Potenzial steckt. Weil du musst dir ja eigentlich nur irgendeinen neuen Planeten ausdenken, irgendeine neue Rasse, irgendeine neue Geschichte. Kannst du einfach unendlich was draus machen. Und klar, ob es jetzt immer gut wird, sagen wir mal, dahingestellt, aber gerade jetzt so Clone Wars und so weiter, also deshalb muss ich sagen, ist für mich The Mandalorian auch leider nur eine mittelmäßige Serie, weil ich da nie das Gefühl habe, dass ich dieses Universum wirklich erforschen kann, sondern da eigentlich nur Sachen sehe, die ich schon längst kenne oder halt einfach nur in einer anderen, weiß ich nicht, also vor allem was Planeten angeht, finde ich The Mandalorian einfach wahnsinnig langweilig, muss ich zugeben. Ich denke, dass sich das ändern wird, weil The Mandalorian ist die allererste Real-Life-Serie, ja, und warum nehmen sie zum Beispiel Mandalorianer, ja, weil die Leute auf Mandalorians abfahren, die stehen auf diesen Boba Fett-ähnlichen, wir haben ja so viele andere Mandalorianer zum Beispiel gesehen, die Helme, die unterscheiden sich ja massivst eigentlich vom Bobas Helm, oder von eigentlich Jango Fetts Helm, und warum ähnelt zum Beispiel die Rüstung von Mando zum Beispiel der Boba-Rüstung, um einfach Vertrautheit rüberzubringen. Ja, und ich denke, ich muss dir da so ein bisschen widersprechen bei The Mandalorian, ich fand's einfach beide Staffeln genial, aber so ist natürlich auch wieder die Sichtweise jedes Einzelnen, aber die Serie hat es nicht leicht, denke ich. Also man muss, weil sie macht den Anfang. Ja, gut. Und wir werden viel mehr zu sehen bekommen in Andor, in Ahsoka, in Lando, egal ob's jetzt den ein oder anderen mehr hypt oder weniger, ich denk, dass da eine Tür aufgestoßen worden ist durch The Mandalorian, aber auch durch die Rebels und Clone Wars. So wie du's sagst, du kannst Filme machen, und das ist auch das Tolle, dass jetzt nach Episode 9 zum Beispiel sie weg von Skywalker gehen, weil das Universum dreht sich nicht nur um Skywalker. Ja, das lernt man auch mit The Clone Wars, weil du hast zwar Obi-Wan und Anakin immer wieder, also, ja, also, das ist das Schöne, Clone Wars hat eigentlich keine richtige Hauptfigur. Also klar, du, und das ist dann der Unterschied zu Rebels, weil da hast du ja dann wirklich die Reise von Ezra, nehm ich jetzt einfach mal an, oder von dieser Crew, von dieser zusammengewürfelten Crew, die durchaus was hat. Aber ich find das einfach so geil, dass du bei Clone Wars halt immer wieder Folgen hast, wo halt so neben, also, keine Ahnung, du hast halt Folgen, die drehen sich nur um Jedi-Meister, Plokon oder sonst paar andere, und dann kapierst du erst mal, was das eigentlich für geile Figuren sind. Ja, aber das war in der, also, das konnte man in Rebels nicht wirklich machen. Ja. Weil da war ganz klar. Das war für mich so tatsächlich die größere Stärke, die für mich Clone Wars gegenüber Rebels abhebt. Bei Clone Wars, da war dieses Planetenerkunden deutlich mehr im Fokus, du hast deutlich mehr erfahren, du hast deutlich mehr Fleisch auf die Rippen der Star Wars-Galaxie bekommen. Und deswegen ist diese Sprunghaftigkeit, die Clone Wars hat, Fluch und Segen zugleich. Ja, das trifft es. Da gibt's einige Handlungsstränge, in denen kann man sich verlieren, da hätte man gern mehr gesehen, ist aber dann auf der anderen Seite auch so, dass du dann denkst, hm, irgendwie ist die, diese Staffel unstrukturiert ohne Ende. Und deswegen gibt's dann eben auch diese helfenden Episodenguides dazu. Ja, die braucht man da wirklich, zumindest bei Clone Wars. Habt ihr noch was zu Rebels? Sonst würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende, weil, also, ich kann ja noch nicht so viel dazu sagen. Ich sag, ich werd sie weitergucken, das auf jeden Fall. Ich bin auch durchaus neugierig geworden auf einige Elemente, muss aber immer noch so ein bisschen warm werden damit. Aber das ist dasselbe wie bei Clone Wars und man muss diesen Serien auch ein bisschen Zeit geben. sich zu entwickeln, so ist es nicht. Die Hochs und Tiefs bei Rebels sind aber auch bei Weitem nicht so hoch wie bei Clone Wars. Ja, gut, okay. Also, das hat so ne durchgehende Qualität. Jedemal ist es bisschen besser, mal weniger. Und trotzdem gibt's hier eine der schönsten Referenzen an Episode 4, wo ich auch Gänsehaut bekommen hab. Und es gibt wirklich einige Fanboy-Momente, wo man Kämpfe sieht, auf die hat man sich seit Jahren gefreut. Das ist definitiv ne Stärke und die Charaktere wachsen einem auch ein ziemliches Stück ans Herz. Absolut. Okay, Patrick, möchtest du dann dein Fazit mit einbringen? Okay. Wie ich's schon gesagt hab, ich mag die Rebels-Serie. Am Anfang ist sie so ein bisschen unentschlossen. Da wirkte auch diese Konvertierung von Clone Wars zu Rebels nicht ganz so gelungen. Da musste ich mich erst mal dran gewöhnen, dass sich Darth Vader von Anakin komplett abgekapselt hat. Das war ein ganz anderer, als den, den man bei Clone Wars kennengelernt hat. Das war nicht mehr dieser melancholische, das war einfach ab einem gewissen Zeitpunkt einfach erst mal so das Arschloch, das man aus Episode 4 kennt. Und nicht mehr so diese Graustufe. Er war dann einfach nur noch böse und ein bisschen grumpy drauf. Aber auch das hat sich dann gebessert. Und es ist wie Clone Wars anhand von Ezra auch eine sehr nette Coming-of-Age-Geschichte, dass er zu einem Jedi-Meister ranwachsen will. Der macht eine ähnliche Entwicklung wie Ahsoka durch. Auch wenn Ahsoka natürlich ein Stück weit besser ist. Aber die Entwicklung ist da ähnlich. Aber das hat Filoni eben seit Avatar einfach drauf. Wie wir schon herausgefunden haben. Und ja, es unterhält durchgehend. Man muss halt durch so ein paar Kinder folgen. Auch dadurch wird dann aber auch mit einigen Cameos aus dem Star Wars-Universum belohnt. Also bei mir wäre es eine 3,5. Sagen wir mal Säbelichtschwerter. Okay. Was ich dazu noch anmerken kann, hatten wir vorhin schon gesagt, es gibt Spekulationen ja darüber, dass Ezra Bridger irgendwie auftauchen könnte in der Ahsoka-Serie. Und wie ich das gehört habe, soll hier der, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, der Schauspieler aus dem Real-Aladdin-Remake. Ach der. Der soll den tatsächlich spielen. Aufgrund dessen, weil halt viele Leute gesagt haben, dass er halt ähnlich aussieht wie der, also Ezra jetzt in Rebels, dass der vom Design her viel erinnert an den Aladdin aus dem alten Zeichentrickfilm. Du meinst den Mena Massoud. Genau, Mena Massoud, genau. Der irgendwie keine Rolle mehr angeboten hat bekommen nach Aladdin, was ich ein bisschen schade fand, weil ich fand den gar nicht schlecht eigentlich. Also den Film, den fand ich mittelmäßig, aber er war nicht das Problem. Aber das finde ich durchaus ganz reizvoll. Boris, wie sieht's denn bei dir aus? Also es wird ein bisschen schlechter werden wie jetzt The Clone Wars. Ist einfach so. Ich bin mit Clone Wars dann so groß geworden und dann war das zeichnerisch erst mal ein Riesenumbruch für mich. Ja, also das war, äh, what? Ja, ja, ja. Der Stil ist gewöhnungsbedürftig, wirklich. Richtig, der Stil ist absolut gewöhnungsbedürftig. Trotz allem, so wie's auch Patrick sagt, die Serie hat ihre, ihre Höhepunkte, ihre, hat aber auch definitiv Schwächen. Es ist trotzdem immer wieder schön, bekannte Gesichter zu sehen. Äh, auch hier kommt Saw Gerrera zum Beispiel vor. Auch hier kommt Bo-Katan vor. Und ich denke, auch das, also auch Rebels, ist es wert gesehen zu werden. Einfach auch wieder wegen der Charaktere, der Tiefe. Und sie kehren halt auch immer wieder. Und wenn man, so wie du's jetzt erwähnst, wenn in Ahsoka plötzlich Ezra Bridger wirklich auftauchen sollte, ähm, derjenige, der Rebels nicht gesehen hat, ich bin mal gespannt, wie sie das rüberbringen, ja? Ja. Oder der, äh, weil selbst jetzt derjenige, der nicht Rebels gesehen hat, und wo es dann hieß, und wenn ich die Bücher von früher, die Legends kennt, da, wo Ahsoka den Kampf in diesem japanisch-ähnlichen Daijo oder wie er auch immer macht, wo sie da kämpfen und dann erwähnen mit Großadmiral Thrawn, ich denke, dass da einige saßen und gedacht haben, who the hell ist Großadmiral Thrawn? Ja, also die jetzt vielleicht nicht so sehr in der Materie. Und die nicht in den Bildschirm gesprungen sind zu Hause, ja. Richtig, ja, also ich mein, ich bin auch fast von der Couch runtergeflogen, ja? Ja, das war sowas von ... Äh, weil ich gedacht hab, was? Das war das Sahnehäubchen. Großadmiral Thrawn, wie geil. Ja, das war das Highlight in der Ahsoka-Folge. Richtig, also ich mein, Ahsoka an sich war schon geil. Ja, ja, extrem. Ja, aber dann noch getoppt werden, Großadmiral fucking Thrawn, ja? Ja, was ist los hier? Geil, es überschlägt sich. Und aber, wie gesagt, es saßen bestimmt einige da. Und jetzt stell dir vor, die Ahsoka-Serie geht los, ja? Es handelt um Thrawn. Und wer ist denn jetzt plötzlich Ezra Bridger? Ja, das müssen sie ... Also, ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Und deshalb kann ich nur jedem ans Herz legen, auch diese Serie sich einfach anzuschauen, ja? Ja, und auch bei The Mandalorian. Viele haben bestimmt nicht gewusst, wer ist denn Bo-Katan? Ja. Warum ist denn die so ... Warum rastet grad mein Freund oder meine Freundin neben mir aus? Ja, was? Bo-Katan? Geil. Ja, ähm, und man hatte vorher vielleicht nicht Rebels und nicht Clone Wars gesehen. Dann sagt der eine, ja, okay, ist Bo-Katan, schön. Ja. Warum hat die denn ein Anrecht auf das Schwert? Was ist das Dunkelschwert? Also, es schließt alles ab, sag ich mal, ja? Und deshalb, ich gebe ... Ich würde vier Sterne geben. Den einen Punkt kriegt sie abgezogen wegen der ersten Staffel. Nee, bei mir ist halt dieser eine Kritikpunkt, die Staffel wirkt nicht komplett zu Ende gedacht, beziehungsweise die Serie, weil die eben doch mit ein paar offenen Handlungssträngen entlässt. Das muss man dazu auch sagen. Vielleicht überlässt sie ja auch einfach ein bisschen, was deiner Idee ankommt. Ja, also, ich hab die Endszene gesehen, die ist echt schön für sich betrachtet. Die hab ich auf YouTube gesehen. Die ist echt ein schöner Abschluss eigentlich für sich genommen. Also, ich muss sagen, ich hab am Schluss, hab ich ein Tränchen im Auge. Ja, wollt ich schon sagen. Das passiert mir bei ... Also, es ist mir bei Clone Wars passiert in der siebten Staffel, wo ich echt so ein bisschen so ein Kloß im Hals hatte. Es ist mir auch bei Rebels passiert. Und wir reden hier von Comicserien, ja? Also, dass es mich dann doch so sehr innerlich trifft, ja, spricht ja auch wieder für sich, ne? Ja, also, das Finale von Clone Wars, das hat mich ... Also, nicht jetzt ... Ja, gut, ich bin jetzt nicht so ein mega emotionaler Zuschauer, aber das hat mich jetzt schon ... Das hat mich schon mitgenommen, weil ich's auch emotional im Hinblick auf Episode 3 auch ziemlich toll inszeniert fand. Aber wie gesagt, ihr habt mir jetzt Bock auf Clone Wars gemacht. Ich hoffe, wir euch da draußen auch. Ihr könnt beide Serien bei Disney Plus streamen. Könnt auch gerne mal in die Jenny Tartakovsky-Serie reingucken, auch wenn die in Legends verdammt wurde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden. Ich hab jetzt echt Bock, das zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Boris, willst du das Ganze vielleicht ausklingen lassen mit einem kleinen Verweis auf euren ... Also, du hattest ja schon das Glück von uns dreien The Bad Batch vorab sehen zu können. Zumindest die erste Folge. Genau, kannst ja kurz sagen, worum es geht und was so deine Eindrücke waren. Und dann machen wir hier auch einen Deckel drauf, würd ich sagen. Ja, wir können vorher noch eins erwähnen. Wir haben diesen Cast jetzt locker sechs Monate vor uns hergeschoben. Das ist schön, den jetzt aus dem Genick zu haben. Genau, auf jeden Fall. Und Gruß an den Till, der ursprünglich dabei sein wollte. Und somit ... Das dürfte interessant werden, wenn Boris und Till immer mal aufeinanderstoßen. Wer ist der größere Star-Wars-Fan, glaub ich? Wir hypen uns dann selber hoch. Genau. Gegenseitig. Also, wir haben, wie gesagt, die Ehre gehabt, die erste Folge von The Bad Batch zu sehen, der Spin-Off-Serie von The Clone Wars. Und es schließt ... Also, auch da muss man leider wieder empfehlen, The Clone Wars anzuschauen, weil erst in der siebten Staffel, in der jetzt 2020 erschienenen letzten Staffel von The Clone Wars, kommt diese Bad Batch-Einheit vor und wird vorgestellt. Und im Prinzip ist es die Geschichte dieser Truppe. Ja, auch alles fünf Klone, aber mehr oder weniger, ja, aufgepunscht, verbessert. Weitaus genetisch ... Genau, weitaus genetisch verbessert. Ja, durch viel geschlagene Experimente, ne? Ja, genau. Was ihnen auch am Ende ein bisschen zum Vorteil kommt, dass sie genetisch verändert wurden. Okay. Deswegen schaut's euch an. Ja, also, es geht nicht nur um den Charakter, sondern um viel, viel mehr. Und daher, das haben wir gemacht gestern, der Olli, René und ich. Schaut's euch an, es macht unfassbar viel Spaß. Wieder viele alte Charaktere kommen vor, neue Charaktere. Es ist Star Wars, viel Spaß. Und wieder im gewohnten Look von Clone Wars. Genau, wieder die Zeichnungen im Clone Wars-Stil. Wunderbar. Und ein gewisser Saw Gerrera taucht auch in dieser Bad Batch-Serie auf. Also, ist der anscheinend das verbindende Glied zwischen all diesen drei Serien? Ja, obwohl er eigentlich immer nur so am Rande auftaucht. Ja, das ist aber vielleicht auch, das war bisher schon immer ein Problem unter diesen Disney-Dingern, dass die einfach zu viel voraussetzen. Also, zum Beispiel der Auftritt von Saw Gerrera in Rogue One, das war einfach nur so ein Achselzucken. Und Darth Maul in Solo, da setzen sie halt auch zu viel voraus, weil die normalen Kino-Zuschauer, die haben den halt vor 20 Jahren sterben sehen und fragen sich halt, warum zum Teufel ist der da? Ja, also, das ist immer so ein bisschen, was im Ganzen zum Verhängnis werden kann. Aber das hattest du ja gerade eben auch schon angemerkt, Boris. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke The Bad Batch. Wir werden vielleicht dann am Ende der Serie auch noch mal zusammenkommen und die besprechen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Gerne wieder. Eben so. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen, ja, einfach, may the fourth be with you. Wir werden uns ja eh in Zukunft wieder hören. Wenn's dann in die Real-Serien geht. Genau, ja, es dauert nur noch eine Weile, aber sehr gerne. Wir haben einige Star-Wars-Fans in der Redaktion. Da dürfte einiges gehen. Da kriegen wir welche zusammen. Gut, dann würde ich sagen, feiert den Happy Star-Wars-Day. Macht es gut, liebe Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir weißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.